Lucrezia Borgia von Louis Couperou In den sinkenden Abend hinein klomm schweigsam, müde und finster, der Reiter zog den felsigen Weg zur Hochebene hinan, auf der schon die Stadtburg ihre beiden ungeheuren Türmen emporregte. Wie eine dunkle Silhouette hob sich das Riesenzwillingspaar von dem letzten verschwommenen Nachglanz der schon gesunkenen Sonne ab. Über den Sorakte rechts und weiterhin an den Hängen des Sabinischen Gebirges entlang zogen nächtliche Schwaben, dichte schwarze und graue Schleier, traurig stimmende Fetzen der Dunkelheit. Kein Stern leuchtete diese Augustnacht, nur ein Wind, ein Klagender, machte sich auf, nur dieser Wind blies klagend daher, dass es klang, wie langstöhnendes Seufzen auf Seufzen. Der Wind wehte um die steilen Kanten der felsigen Hügel und der Wind war plötzlich wie weggeweht, verschwunden in den vulkanischen Riffen des Gebirges, dieweilbrausender Strom auf brausenden Strom sich an diesen Felsspalten entlang mit wilden Toben oder dumpfen Getöse wie von murrenden Berggeistern seinen Weg bahnte. Die Kavalkade, 600 Reiter, zog in dem nun wieder schärferen Winde den felsigen Weg empor, finster, müde und schweigsam, aber im Innersten doch erfreut darüber, dass sie Nepi noch vor Einfall der Dunkelheit erreichen würden. Schon strauchelte hier und da ein Ross und wurde von seinem Reiter emporgerissen. Schon stutzten hier und da Maulesel, die schwer an Koffern und Truhen schleppten und in der Mitte des Zuges behutsam einher tappten. Der Weg wurde eng und steil, der Wind blies schärfer und schärfer. Der Wind raste nun wie eine Furie um die schwarze Gestalt der Madonna Lucrezia, die auf ihrem schwarzen Zelter saß und mit ihrem vornübergebeugten Haupt in ihren flatternden Trauerschleiern dermaßen als Verkörperung aller Trauer erschien, dass die Reiter ihres Geleites, von dem Schmerze der Witwe gebannt, den Blick nicht von ihr zu wenden vermochten. Und der Wind, der schärfer blies, zerrte an ihrem langen Schleier, der emporflatterte. Die ganze dunkle Gestalt auf dem Pferde wirkte im letzten Scheine der Sonne so drückend traurig, dass die Reiter jedes Mal das Zeichen des Kreuzes schlugen, wenn einer von ihnen ängstlich in die vulkanischen Spalten jenes alten, etruskischen Bodens spähte, aus dem je links in höllischen Flammen dumpf murrende Berggeister auftauchen konnten. Zwischen den Landsknechten, unmittelbar hinter der Witwe, hinter Madonna Lucrezia, ritten sechs ihrer Frauen, Hofdamen und Kammerfrauen. Sie waren alle schwarz gekleidet, gleich ihr. Und diese schwarzen Frauen umgaben die Sänfte, darin die Amme mit dem herzoglichen Kindes saß. Hinter den Frauen ritten die Narren, drei Zwerge, die mit der Narrenkappe angetan waren. Seltsam posierlich war schon ihre Silhouette, wie sie da gleich allen anderen finster, müde und schweigsam auf den für sie viel zu großen Rossen einherritten. Die kräftige Gestalt des eisengepanzerten Hauptmanns folgte ihnen unmittelbar. Und neben der von Schleiern umwehten Zartheit der schwarzen Frauen und der hier nutzlos beinahe qualvoll anmutenden Posierlichkeit der bunten Narren, wirkte seine Gestalt so breit und kraftvoll wie die Verkörperung allen Schutzes. Seine eisernen Schultern bildeten gleichsam, einen Wall gegen das allerletzte, nun vollends dahinsterbende Licht. Ein Befehl ertönte, Trompeter bliesen, seltsam wehmütig, mischte sich ihr Signal in das klagende Lied des Windes. Von der Höhe des Turmes droben erklang die ehene Antwort und zugleich flammten hier und dort Fackeln auf in rötlicher Glut. Und plötzlich war das schwere Dröhnen geöffneter Eisenpforten und das Herabfallen eiserner Brücken vernehmbar. In der Toröffnung erschienen Pagen, die brennende Leuchter emporhielten und aus der Ferne wirkten ihre zarten Knabengestalten, die vom Schein der vielen brennenden und qualmenden Kerzen hell beleuchtet waren, unsäglich fein. An den schweren, mörtellos zusammengefügten Tuffsteinmauern entlang, die noch aus alter Zeit stammten, war die Reiterstar, deren rossige Trappel und Hufschlag weit vernehmbar war, weitergezogen und der Trupp der Frauen inmitten der Landsknechte und ihr Gefolge, die posierlichen und nun so traurigen Narren, sowie die sich unmittelbar daranschließende Soldadeska des Hauptmannes, war nun durch die Pforte geritten. Schon füllte der Zug den ersten Hof der Stadtburg. Dort standen der Schlossvogt und die obersten der Stadt, der erstere in voller Rüstung, die letzteren in samtenen Talan mit silbernen Ketten und Edelknaben boten der Madonna Lucrezia die Schlüssel der Stadt dar. Mit zeremonieller Gebärde beugten sie demütig das eine Knie und sanken vor ihr nieder, wobei zu gewahren war, dass das eine Bein in andersfarbigen Hosen steckte denn das andere. Und der Schlossvogt redete die Herzogin, die Herrin von Nepi an. Ihr bleiches Antlitz, das von ihrem sehr blonden Haar unter dem schwarz samterem Reisehut umrammt war, schien wie ein matter Mond durch die Wolken ihrer Schleier und neigte sich und schaute den Schlossvogt an mit einem so müden Blick, einem so schweren Neigen, dass auf des Kriegsmannes Lippen der Klang seiner höfischen Worte fast erstarb. Er begrüßte sie mit vielen erlesenen Floskeln und beteuerte, dass alle in Nepi hoch erfreut und überglücklich seien, in ihrer Mitte in Treuen die Herzogin und Stadtherrin Madonna Lucrezia die Borgia, Herzogin von Biselia, empfangen zu dürfen, die Nichte, er sagte nicht Tochter, seiner Heiligkeit des Papstes Alexanders VI. von Borgia, des Herrn der Christenheit und obersten Priesters ihrer mächtigen Kirche, die er ihm durch eigenhändigen Brief, er zeigte das Pergament und Küste die Siegel befohlen habe, Madonna Lucrezia in Nepis Mauern als Herrscherin zu empfangen. Das weiße Haupt der Frau neigte sich matt und müde von der Höhe herab, auf der sie hoch zu Ross auf den Rednern niederblickte. Kaum dass ihr Mund der Sitte der Zeit gemäß, einige gewählte Worte flüsterte. Ihre seltsamen Augen, deren perlengleiches weiße Erbreitung eine traurige, beinahe goldenschimmernde Pupille lag, schienen beinahe flehendlich darum zu bitten, dass diese Begrüßungszeremonie nicht allzu lange ausgedient werden möchte. Es war, als könnten ihre zuckenden Lider das Kerzengeflimmer aus den vielen silbernen Leuchtern, welche die hübschen, rötlich-blonden Pagen im Pur hielten, nicht ertragen. Und als er ihre unendliche Müdigkeit bemerkte, die sie bei Wahrung aller Etikette kaum zu verbergen vermochte, da erwog das Schloss Vogt bei sich, ob er noch alle die Worte des Beileids aussprechen sollte, die er so unzählige Male bereits sich ausgedacht hatte. Äußerst behutsame Worte der Teilnahme am Tode des Gemahls des Herzog Alfonso von Aragon und Herzogs von Piselia, Worte, die, wenn sie wirklich Cesare, die Borgia, Madonna, Lucretias gefürchteten Bruder, zu Ohren kämen, dem Schloss Vogt der unbedeutenden Landstadt keine Ungnade bringen würden. Und er sprach diese Worte der Anteilnahme nicht aus. Der Mord, der an dem Prinzen des königlichen Hauses von Neapel begangen worden war, wurde hier vor den Pforten Nepis, wohin seine Witwe sich in Trauer zurückziehen wollte, mit Stillschweigen übergangen, gleich als hätte er nichts zu bedeuten. Ebenso war von diesem Mord in Rom kein Aufhebens gemacht, war er totgeschwiegen worden. In der Stadt und auch im Vatikan, wo der unglückliche Gemahl der Madonna Lucretia, der dämonischen Herrschsucht um den geheimen Plänen Cesares zum Opfer gefallen war. Der Schloss Vogt sprach kein Worte der Anteilnahme, nur hielt er, nachdem er die Herrin bewillkommnet hatte, seine Hand ihr so entgegen, dass sie den Fuß draufsetzen konnte und half der Herzogin Witwe aus dem Sattel. Leicht wie eine Blume glitt sie hinab und lächelte. Jetzt, am Ende ihrer Reise, hatte sie wieder die Kraft zu lächeln. Und dieses Lächeln auf dem bleichen Antlitz mit den rätselhaften Augen, über die das blonde Haar fiel und um die lange schwarze Schleier wogten, war so sanft, so rührend, so bezaubernd, dass alle, die dort zu ihrer Begrüßung erschienen waren, auf sie wie auf eine überraschend liebliche Zaubererscheinung hinblickten, wie auf ein zartes, leuchtendes Geschenk, das ihnen noch zuteil wurde, ehe die edle Frau inmitten ihrer Frauen und dienenden Knaben verschwand, nachdem sie an ihrem Hauptmann noch ein kurzes, leises Wort gerichtet und ihm für den starken Schutz und sein sicheres Geleit gedankt hatte. In der großen Kemenate, dahin schon die Truhen aus Nussbaumholz getragen waren, entkleideten Lauretta und Giuditta ihre Herrin, die beiden Kammerfrauen, die, während noch der Schlossvogt die edle Frau willkommen hieß, schon in das obere Stockwerk geeilt waren. Im danebenliegenden Gemach schlief bereits das herzogliche Kind, der kleine Rodrigo. Die Kemenate war ein großer, hoher Raum mit dunkelbrauner Täfelung und Decke. Über dem Kamin prangte das geschnitzte Wappen von Aragon und Borgia unter der herzoglichen Krone. Gobelins, auf denen gespenstische Gestalten sichtbar waren, bedeckten die Wände. Ein breites Bett stand inmitten schwerer, dunkler Samtvorhängen. Ein Marienbildnis von Pinturicchio grüßte aus einer Ecke unter der brennenden roten Lampe davor, der Beetstuhl stand. Brennende Leuchter hier und dort auf allen Konsolen. Und auf einem Tisch aus Jaspis, das Waschgerät aus schwerem Silber, Kanne und Becken, auf denen das schimmernde Licht Reflexe hervorzauberte und hie und da einen leuchtenden Glanz warf. Nun hing sie gleich einer Lilie in den Armen ihrer Kammerfrauen. Abgenommen war ihr das staubbedeckte Samtene Reitgewand und der staubbedeckte Samtene federgeschmückte Hut und in das weite schleppende Nachtgewand aus feinstem Linnen mit güldener Spitze am Halse und langen flügelartig herabhängenden Ärmeln war Lucrezia gehüllt und sie ruhte jetzt in den Armen ihrer Frauen und klagte wie ein krankes Kind. Meine Haare, sie sind ganz steif vom Staub. Wascht sie mir, wascht sie mir. Die Kammerfrauen waren geschäftig um den Tisch aus Jaspis bemüht, aber Lauretta meinte, Madonna ist zu müde. Ist sie nicht viel zu müde, Giuditta, um sich noch ihre lieben, blonden Haare waschen zu lassen? Nein, wascht sie, wascht sie mir, stöhnte Lucrezia. Die Madonna gleicht einer Lilie, so bleich ist sie vor Kummer und Müdigkeit. Arme kleine Madonna, sagte Giuditta leise und teilnahmsvoll. Die Madonna ist wie ein Lamm, ist sie nicht wie ein Lamm? Die Madonna ist so bleich und wenn sie mit ihrer lieben Stimme so klagend spricht, gleicht sie dann nicht einem Lamm, einem zarten, weißen Lämmchen? Oh ja, gewiss, gewiss, fiel Giuditta halb scherzend, halb tröstend und beschwichtigend ein. Die Madonna ist wie ein weißes Lämmlein. Lucrezia zeigte ein müdes Lächeln. Ja, wie ein Lamm, wiederholte sie. Wie ein Lamm, das sie schlacht, wie ein Opferlamm. Nein, nicht schlachten, nicht opfern, Madonna, widersprachen ihr die Kammerfrauen und dabei drehten und pressten sie eifrig die wundervoll blonden Flechten des Haares, auf das sie über dem silbernen Becken den Inhalt einer Fiole ausgeschüttet hatten und tauchten sie dann ins Wasser. Lucrezia lag jetzt auf dem Bette. Die Kammerfrauen waren gegangen. Es schimmerte nur noch der Rubin-Glanz des Marienlämmchens dort drüben aus dem Winkel vor dem kleinen Altar. An den Wänden geisterten die Gestalten des Gobelins umher. Und Lucrezia war sehr bange. Ihr Herz klopfte. Ihre Augen flossen über vor Tränen. Ihr Mund zitterte und auf einmal begann sie haltlos, hemmungslos in ihr Kissen zu schluchzen. Sie drückte es krampfhaft an sich. Sie küsste es und rief, ach, mein Alfonso, mein lieber, starker, sanfter Mann. Er war so schön. So schön war er. Keiner in Rom war so schön wie er. Er war so schön wie eine Blume. Er war heiter wie ein Sonnenstrahl, warm. Und stark war er wie eine lodernde Flamme. Wie ein Feuer, wie ein Feuer. Oh, wir waren so glücklich. So jung waren wir beide. So schön waren wir beide. Er war siebzehn. Ich bin achtzehn. Wir waren wie zwei Kinder im Himmel. Wir waren Eva und Adam im Paradies. In einem Paradies der Liebe. Und sie haben ihn mir gemordet. Och, mein Alfonso, mein Alfonso. Erst haben ihre Waffen ihn durchstoßen. Hier, dort, überall. Und dann, als wir ihn auf sein Lager betteten, meinen Alfonso, meinen armen, schönen, lilienweißen und rosenroten Alfonso, dann. Oh, Madonna, dann haben sie ihn erwürgt. 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 Sie wiederholte das fürchterliche Wort immer und immer wieder. Jetzt keuchte sie und wand sich in Schmerzen. Ihre Tränen strömten wie zwei immerfort neu genährte Bächlein. Sie rang die kalten Hände und nun sah sie alles wieder vor sich. Ja, sie sah es vor sich. Vor kaum vierzehn Tagen war es geschehen. In einer schwülen römischen Nacht, durch die der letzte Jasmin in den Gärten des Vatikans duftete und der Laut der Sprengbrunnen und ihres leisen Tropfenfalls wiederhalte. Sie weilte im Vatikan bei seiner Heiligkeit ihrem Vater. Nur aus äußeren Rücksichten fügte sie sich darin, ihn Urheim zu nennen. Sie hart ihres jungen Gemahls, der an der abendlichen Mahlzeit teilnehmen sollte. Denn das junge Paar wohnte nicht im Vatikan, sondern unmittelbar daneben, im Palazzo Santa Maria in Portico. Die hohen, runden Fenster und Türen waren geöffnet. Die laue Luft, von sommerlichen Düften geschwängert, strömte in den Speisesaal. Es war bald Mitternacht. Papst Alexander war daran gewöhnt, zu sehr später Stunde zu speisen. Sie hartte, sie wartete auf ihren Gemahl, auf ihren sanften, starken Alfonso. Er war siebzehn Jahre alt und so schön, wie keiner sonst in Rom. Nun musste er kommen. All ihre Gedanken und Wünsche waren voll von ihm, als er da auf der Terrasse seiner harte. Und mit ihr waren Sancia, ihres Mannes Schwester und die Frau ihres Bruders Gofredo. Und mit ihr war Giulia Orsini Farnese, die man die Schöne hieß. Auch sie war so zart und schön, diese Giulia. Und sie war die Freundin ihres Vaters. So hatten die drei dort beisammengestanden, die drei jungen, schönen Frauen. Hatten auf jener Terrasse ihre drei blonden Köpfchen zusammengesteckt. Und seine Heiligkeit hatte scherzend gemeint, die drei Grazien oder die drei Göttinnen. Und sie hatten alle drei gelacht und Schule mit ihrer Stimme, die silberhell klang, und aus der doch eine leise Wehmut sprach, hatte noch lächelnd hinzugefügt, bald wird Paris in der Gestalt Don Alphonsos erscheinen. Und Sancia hatte auf die Tafel gewiesen und weitergesprochen. Dann wird er aus jener Schale einen Apfel nehmen und ihn seiner Lucrezia darbieten und sie wird Venus sein. Giulia, hatte sie mutwillig geflüstert, bist du mit deiner Rolle als Juno zufrieden und bin ich nicht die Vernünftigste? Also Minerva? So schweig doch, schweige, hatte Giulia verlegt geflüstert. Allein seine Heiligkeit hatte die Worte schon vernommen und gelacht. Wie nur er lachen konnte, so laut und schallend einlachen, Jupiters, wie Sancia scherzend meinte. Dann, dann plötzlich, draußen im Vorzimmer ein Wüsterlärm, die Türen aufgerissen, bleiche Pagen, entsetzte Wachen und Lanzenträger und, und, Alfonso stürzte wankend herein. O heilige Jungfrau, welch ein Anblick! Das Blut quoll ihm aus der Kehle. Das üppige, rote Blut hatte an Arm und Hüfte bereits sein Brokat warms durchdrängt und rot gefärbt. So bleich wie eine Lilie und rot wie eine Rose war er erschienen und gegen die Tafel gestürzt, sodass eine mit Wein gefüllte Karaffe umgefallen war und der er in strömendem Purpur sich mit dem strömenden Purpur seines Blutes gemengt hatte. Lucrezia hatte einen lauten Schrei ausgestoßen, mit dem ihre ganze Seele entsetzt aus ihr gefahren war und bewusstlos war sie zu ihres Vaters Füßen zu Boden gestürzt. Das alles sah sie nun in dieser düsteren, schlaflosen Nacht in der Cheminate wieder vor sich. Sie sah in dem Rubinenglanz des Altar-Lämmchens Blut. Blut! Man hatte Alfonso auf ein Lager gebettet, ihn verbunden. Er war nicht tot. Ein Kardinal hatte ihm die Absolution erteilt. Aber er war ja noch so jung. Er war so stark. Er lebte! Oh, er konnte genießen! Lucrezia und Sanscha bereiteten ihm eigenhändig seine Speisen. Der Papst selber erwog, wie er ihn schützen konnte. Da, da war Cesare, ihr Bruder, erschienen, dort in der Tür jenes Gemaches, wo ihr geliebter Alfonso auf dem Bette ruhte. Und er hatte Sanscha davongejagt, die seines Bruders Gattin war und seine Geliebte. Und er hatte Lucrezias Gelenke umklammert, als ihm abwehrend die Arme entgegenhob. Und wieder hörte Lucrezia seine entsetzliche Stimme, die klang wie die eines höhnenden Höllengeistes, eines Dämons, der noch fürchterlicher erschien in seinem halb geistlichen, halb weltlichen Gewande, da er nur unwillig den Kardinals Purpur trug. Geh! Geh, lass mich allein mit Alfonso! Allein? Was willst du ihm tun? Hatte sie zitternd gefragt. Was meines Willens ist. Er hat mir nach dem Leben getrachtet. Das ist nicht wahr! Er hat mir nach dem Leben getrachtet. Er hat Bogenschützen auf mich schießen lassen, während ich in den Gärten des Vatikans wandelte. Das ist nicht wahr! Warum sollte er dir nach dem Leben trachten? Er ist gut, er ist mein Gemahl. Ich habe ihn lieb, las Gnade walten, Cesare. Nimm ihn mir nicht! Geh! Lass mich allein mit Alfonso! Michelotto! Michelotto! Sie hörte alles, sah alles wieder. Ihr Bruder hatte sie weggerissen von dem Bett. Sie hatte geschrien und geklagt. Auf den Knien hatte er sie hinweggezerrt. Und Michelotto, der entsetzliche Michelotto, sein Kapitano, war erschienen. Heiliger Gott! Heilige Jungfrau und Jesus! Mit seinen entsetzlichen Fäusten hatte Michelotto ihren Alfonso erwürgt. Erwür... Erwürgt... Jetzt schluchzte Lucrezia auf ihrem Bett verzweiflungsvoll laut auf. Die Weise, dass alles wieder vor sich sah. Noch nicht drei Wochen waren seither verstrichen. Und nun sah sie den Leichnam ihres Alfonso, der ohne Musik, in düsterem Schweigen, auf schwarzer Bahre, nach St. Peter getragen wurde. Es war ein finsteres Schattenspiel von Höhlengeistern. Und dann hatte alles den Anschein bekommen, als sei diese grausame Gewalt, als sei diese ungeheure Ungerechtigkeit, Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit gewesen. Ein Prinz von Neapel und Aragon war von einem Borgia ermordet worden. Aber man hatte kaum, und dann auch nur flüsternd, von diesem Morde gesprochen. Seine Heiligkeit, der doch Lucrezias Vater war, hatte Cesare kaum einen Vorwurf gemacht. Das Leben ging weiter seinen Gang, als wäre nichts geschehen. Die junge Frau dachte darüber nach, und ihr kindliches Gemüt entsetzte sich darauf. Niemand zog sich von Cesare zurück. Kein Priester weigerte ihm den Zutritt zur Kirche. Alle Kardinäle blieben mit ihm, der selber Kardinal war, um Alexanders Thron versammelt. Taktägig empfing er unzählige Prelaten, verhieß ihnen den Kardinals, das Purpur bot ihn aus, wie bei einer Versteigerung. Er hatte sich gerecht. Cesare hatte sich in entsetzlicher Weise für die Schmach gerecht, die ihm angetan worden war, als Alfonsos Vater, der König von Neapel, die Hand seiner Tochter dem Kardinal verweigert hatte, der den lästigen Purpur von sich werfen wollte, um ganz offen wieder in die Welt zurückzukehren. Plötzlich hörte Lucrezia zu schluchzen auf. Entsetzt blickte sie auf die fahlen Gestalten der Wandteppiche. Sie regten sich. Es war, als drehten sie heraus, weil das nicht genügend gefüllte, rubin-glühende Antallämpchen unruhig flackerte und qualmte. Und inmitten der hervortretenden Gestalt glaubte sie, Lilienbleich und Rosenrot Alfonsos zu gewahren und, gleichfalls bleich und rot, ihren ermordeten Bruder Juan, den Herzog von Gandia, den Cesare hatte töten lassen in der gleichen Nacht, in der sich im Weinberge der Madonna Vanozzo ihrer Mutter die beiden Brüder versöhnt hatten. Bravi hatten ihn in der dunklen Gasse erstochen, die Juan passieren musste, um sich zu einem Liebesabenteuer zu begeben. Da standen sie beide, leichenblass und blutrot, und starrten sie an. Und sie hatte sich in ihrem Bett aufgerichtet und schrie laut, Juan, Alfonso, Erbarmen, heilige Jungfrau, beschirme uns alle. Und dann, als die Kemenate plötzlich vollkommen in Dunkel gehüllt lag, weil die Altarlampe erloschen war, stürzte sie wie ein getroffener weißer Vogel mit einem Auswerfen ihrer weißen in die flügelartigen Ärmel gehüllten Arme rücklings zu Boden. Und finstere Nacht war um sie und in ihr. In den Zypressenhain, der sich den Burgfelsen hinabzog, unter den alten, schwarzen, düsteren Bäumen mit ihren vielfältig verästelten, schimmernden Stämmen und den samtschwarz aufstrebenden Laubkronen wandelten am nächsten Morgen die Hofdamen und Kavaliere langsam die Pfade auf und ab. Langeweile quälte sie. Dies war Verbannung und Ungnade um Madonna Lucretias allzu großem Kummer, allzu großem Schmerz, allzu tiefer Trauer, die keine Grenzen kannte. Dies war die Verbannung und die Langeweile. Es sollten keine Jagden stattfinden, weder mit dem Falken noch mit den zur Hasenjahrts abgerichteten Hunden noch mit dressierten Pantern. Es sollte kein Theater geben, kein Ballett, keine Tanzfeste und die Kavaliere und die Hofdamen, all die dunklen Gestalten, die feierlichen schwarzen Samt gehüllt waren und so würdig aussahen, wandelten langsam unter den dunklen Zypressen umher. Über dieser Trauer wölbte sich der Himmel sommerlich blau und die Sonne schien bereits in mittäglicher Glut herab. Wo sie durch die Zypressen strahlte, hältte sie das dunkle Laubwerk auf, dass es grüner glänzte und auf dem jungen Blattwerk und über den schwarz samtenden Wämsen und Frauenschleppen lagen hellere Lichter, strahlende, blanke Klarheit von Gagat neben dunklen Flächen, die der Farbe fließender Tinte glichen. Wie Frauen gähnten, die Kavaliere versuchten zu scherzen, hin und wieder wandelte ein Paar heimlich davon und suchte Schatten und Einsamkeit auf, dort wo die Bächlein murmelnd die Felsen herabstürzten. Inmitten all dieser Trauer blieb als einzige Zerstreuung nur noch die Heimlichkeit der Liebe. Auf der Terrasse vor ihrer Keminate lag Madonna Lucrezia auf einer Ruhebank, unter einem Schirm die Augen hatte sie geschlossen und ihre blonden Haare waren noch feucht und gleich einem Fächer in der Sonne ausgebreitet, damit sie trockneten. Still lag sie da wie eine Märtyrerin und ihr Gewand war schwarzer Flur über schwarzem Flur. Giuditta und Lauretta breiteten das blonde Haar immer und immer wieder anders aus, auf das es rasch trockne und schwiegen, denn der Madonna Lucrezia zu Seite las der spanische Mönch, Bruder Toribio, laut aus seinem Brevier. Die Amme ging mit dem Kind der Rodrigo auf ihrem Arm in der Nähe auf und ab. Gib ihn mir, gib ihn mir, hieß Lucrezia sie klagend und breitete die Arme aus. Die Amme brachte das Kind zu seiner Mutter und diese richtete sich auf, die Haare verwirrten sich, sie umarmte das Kind so leidenschaftlich, dass es laut zu weinen begann. Nimm ihn mit, nimm ihn wieder weg, befahl Lucrezia, oh lass ihn nicht weinen, ich kann es nicht hören. Sie betastete ihr Haar. Ist es nicht trocken, fragte sie zögernd. Noch nicht, Madonna, antwortete die Frauen. Das tut nichts, klagte Lucrezia. Es wird schon trocknen, mich schmerzt der Kopf von dem langen Liegen, ich will aufstehen. Die Frauen waren ihrer Herren beim Aufstehen behilflich und wandten einen dünnen, schwarzen Schleier um die langen, blonden Haare. Es ist warm hier, klagte Lucrezia, ich will in den Schatten jener Zypressen, begleitet mich, Bruder Toribio. Sie schritt nun über die Terrasse und die felsige Treppe hinab. Der Mönch folgte ihr. Sie schaute über die Brustwehr, die in den Fels gehauen war und legte schützend die Hand vor die Augen. Vor ihr badete sich die kahle Ebene im Licht. Spalten und Schluchten gaben dunkle Schatten und es war eine trostlose Verlassenheit. Dicht unter ihr schienen die Felsen abwärts gestürzt zu sein. Sie häuften sich dort in dem brausenden Bergstrom auf. Nun schaute sie sich um und blickte zu der Burg empor. Hoch und düster reckten sich deren beide Türme zu dem erzurnen Himmel hinauf. Um das Gestein wucherte Dichter Efeu. Weiter hinauf breitete sich der kühle Schatten dunkler Zypressen. Hier ist es entsetzlich, murmelte Lucrezia und sie wiederholte. Entsetzlich ist es hier, entsetzlich, entsetzlich. Kommt weiter, Bruder Toribio. Und sie stieg weiter abwärts. Der Mönch folgte ihr und als sie strauchelte bot er ihr die Hand. Sie griff nach seinem Arm und er ließ dies mit ehrfurchtsvoller Gebärde geschehen, weil er sie führen wollte. Dunkel fiel jetzt der Schatten auf sie beide herab. Es ist hier kalt, sagte Lucrezia schauernd. Der Mönch schwieg. Aber Lucrezia rang die Hände. Jetzt in dem kühlen Schatten hier war die schwarze Gestalt eine Verkörperung aller Mutlosigkeit und Verzweiflung. Nur von ihrem blonden Haar kam ein Glanz. Der schwarz-weiße Dominikaner an ihrer Seite atmete gleichermaßen Düsterkeit und Trauer. Ob er jung war oder bereits in mittleren Jahren war nicht zu erkennen, weil sein hageres Antlitz unter der Kappe zeitlos erschien. Und Lucrezia sprach, Bruder Toribio, ich kann hier nicht bleiben. Was soll ich hier anderes tun, denn weinen und beten? Hier werde ich vor Kummer und Traurigkeit sterben. Die Einsamkeit werde eurem Leide ein Balsam sein, Madonna, so glaubte seine Heiligkeit unser heiligster Vater. Sie schüttelte den Kopf wie ein Kind. Nein, widersprach sie, nein, er hat mich hierher verbannt, weil ich allzu bekümmert war um meinen Alfonso. Er hat sich von mir abgewendet, als ich Cesare anklagte. Still, Madonna, still. Es war ja nicht der Herzog. Er war es doch, Bruder Toribio, er war es doch, ich kann hier nicht bleiben. Wisset, ihr müsst nach Rom zurück. Ihr müsst vor meinem Vater auf die Knie fallen und ihm sagen, dass ich hier sterben werde. Ich kann hier nicht bleiben, ich kann es nicht. Ihr seid ja soeben erst hier angelangt, Herzogin. Warum wollt ihr nicht versuchen, hier zu bleiben und viel zu beten und die eitle Welt zu vergessen und beim Lachen eures Kindes glücklich sein? Ist euch denn eure Stadt nebe dermaßen verhasst? Meine Stadt, sagt lieber mein Kerker, was ist mir die Stadt, was sind mir die wenigen düsteren Häuser, die ich von den Fenstern meiner finsteren Burg auserblicke? Was sind mir die kahlen Hänge des öden Gebirges, die oft geschichteten Felsen, was ist mir jener allzeit brausende Strom und daneben nichts als mein Kummer, der an mir nagt und mich zermürbt? Keine Zerstreuung, keine Jagden, keine Feste, keine Farben, keine Musik. Ich liebe die Schönheit und die Pracht und die Heiterkeit des Spieles, des Ganges, des Tanzes. Ich muss mich ausleben, muss mich zumindest bewegen können. Was kann ich hier anderes tun, als in den düsteren Zypressenhainen umherirren? Will mein Vater, dass ich langsam dahin sterbe, nur weil ich um meinen Alfonso zu viel geweint habe? War es meine Schuld, dass ich meinen zweiten Gatten so leidenschaftlich liebte und dass ich Tränen vergoss, weil man ihn mir aus Rachsucht mordete und um einer Tat willen, die er nicht begangen. Ich bin 18 Jahre alt. Ihr haltet mich für ein Kind, aber bin ich denn nicht in Wahrheit noch ein Kind? Sagt mir, Frau Toribio, wollt ihr tun, um was ich euch bitte? Nach Rom zurückkehren und vor meinem Vater niederknien und ihm sagen, dass ich hier sterben werde? Ich werde tun, was ihr mir befehlt, Herzogin, antwortete der Mönch. Allein bezwingt euch, ringt nicht so verzweiflungsvoll die Hände. Hier kommen eure Damen und eure Ritter. Wirklich kamen die nun gelangweilt unter den dunklen Zypressen dahergewandelt. Aber Lucrezia bezwang sich keineswegs, sondern schluchzte laut auf und die Edelfrauen näherten sich ihr besorgt. Madonna, Madonna, was gibt es? Ich kann nicht mehr, antwortete Lucrezia schluchzend. Ich habe jetzt seit mehr als 14 Tagen geschluchzt und um den Tod gebetet und ich sehe noch, aber nun kann ich nicht mehr all das Schwarz um mich her, das Schwarz eurer Gewänder. Erschreckt mich immer und immer wieder. Meine eigene Trauer erschreckt und quält mich. Oh, mein Alfonso, mein armer angebeteter Alfonso, ich kann nicht mehr leben. Wie gerne wäre ich gestorben gemeinsam mit dir. Wie gerne wäre ich jetzt im Paradiese gemeinsam mit dir. Da wären wir beide zwei Engel. und hätten uns lieb in den himmlischen Gierten. Aber so in Tränen und Trauer leben, wie ich diese beiden Wochen gelebt habe, nein, das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht. Habt Mitleid mit mir, ihr alle. Schluchzend warf sie schluchzte Lucretia. Die heilige Jungfrau sei der Seele des Herzogs gnädig. Sie blüht wie eine Blume im Paradiese. Wie eine Blume, wie eine Blume, unser armer Herzog. Ihr aber dürft nicht mehr über den Tod grübeln. Ihr müsst versuchen zu leben. Kommt, wir wollen euch helfen. Um die Mittagstunde wollen wir leise singen, rings um euch. Wir können auch wohl rings um euch tanzen. Nur um euch eine kleine Weile zu zerstreuen. Madonna, wie sind eure Haare doch so blond, ach so blond. Blond wie die Ehren, meinte einer der Hofherren scherzend. Gewiss, sind sie jetzt trocken, sprach Lucretia. Sie sind trocken, versicherten ihr die Edelfrauen, indes sie die schwere blonde Last der Haare betasteten. Kommt, wir wollen euch zu eurer Kemenate geleiten, auf das wir euch das Haar ordnen können. Ja, lasst uns gehen, brecht ihr morgen früh auf nach Rom, Bruder Toribio. Wie ihr befehlt, Herzogin? Lucretia hatte nur ein Schluchzen zur Antwort. Ich befehle nichts, sagte sie klagen. Was habe ich denn zu befehlen? Ich kann nur bitten, bitten. Oh, alles hier beklemmet mich, ich kann nicht atmen hier in Nebi. Von ihren Edelfrauen umringt stieg die Herzogin die felsigen Stufen zur Terrasse empor. Plötzlich brach sie ihnen ein überreiztes Lachen aus und wies, wies und nun lachten sie alle, alle Hofherren und Edelfrauen und waren froh, nur weil sie lachte. Sie lachten alle, weil die Herzogin auf die drei Narren gewiesen hatte. Die hockten da, die drei traurigen, missgestalteten, rot und weiß ausstaffierten alten Zwerge auf dem Geländer der Terrasse und baumelten mit den großen Füßen. Als Lucretia ihnen vorüberging, erhoben sie sich und lächelten, weil die Herzogin gelächelt hatte und weil sie so bezaubernd reizvoll aussah in ihrem Gewand aus schwarzer Gase, nur mit dem schwarzen Gaseschleier über ihrem langen, offenen Blondhaar. Die hellen, sonnigen Tage verstrichen und auch die schweren, schwülen Nächte. Auf die einförmigen Sommermonde folgten die rauen Herbstwinde und der Herbstregen fiel über Burg und Zypressen, die ächzend sich bogen. Das anfangs noch leuchtend grüne Laub war schon matt und schwarz geworden und die schweren Wolken jagten wild über den abgrundtiefen blauen Himmel dahin. Der Oktober zog sich in Last in der Einförmigkeit hin. In Lucretias Seele dämpfte eine dumpfe Mattigkeit den anfangs verzweifelten Schmerz. Sie schluchzte nicht mehr, sie lag jetzt wie siech in dem großen Wappen geschmückten Sessel vor dem Bogenfenster, das den Ausblick über die dürre, einsame, felsige Ebene freigab. Das immer und ewig gleiche Herabstürzen des brausenden Bergstromes benahm ihr alles Denken. Sie dachte nicht mehr, sie litt kaum noch. Sie lebte dahin von einem Tag zum anderen, ohne Hoffnung, ohne Freude. Es war wie ein langsames Dahinwelten. Bruder Toribio hatte in Rom keinen Zutritt zu seiner Heiligkeit zu erlangen vermocht. Längst schon war er zurückgekehrt. Er las Lucretia heiligen Legenden vor, aber während er las, dachte ihr müder Geist an die Kleider des kleinen Rodrigo, an eine Leichenmesse, die für ihren armen Alfonso gelesen werden sollte, auch an Geld, und gequält runzelte sie die Brauen. Bruder Toribio unterbrach sie ihn mit matter Stimme. Der Oktoberregen schlug prasselnd gegen die kleinen runden grünen Scheiben des Bogenfensters. Ich habe mit Christophero über Geschäfte zu sprechen, sendet ihn mir her. Fügsam erhob sich der Mönch, kneichte sich und verschwand mit seinem Pergamenten im Buche. Kurz nachdem er gegangen, trat der Geheimschreiber Christophero ein. Ich muss an Vicenzo schreiben, sprach die Herzogin. Der Regen klatschte gegen die Scheibe. Ich bin bereit, eure Hoheit, flößerte der Geheimschreiber, der bereits mit dem Stift in der Hand Platz genommen hatte. Lucrezia hob sich und dem Auf- und Abgehen, wobei sie die schwarze Schleppe nach sich zog und in den Augen mit der goldenen Pupille ein tiefes Nachdenken lag, diktierte sie den Brief an Vincenzo Giordano ihren Diener in Rom. Vincenzo, dieweil wir beschlossen haben, das Gedächtnis an das Hinscheiden meines Herrn, Herzogs und Gemahls zu feiern, die ewige Seligkeit sei seiner Seele beschieden, befehlen wir euch, dass ihr euch zu dem hocherwürdigen Herrn Kardinal von Cosenza verfüget, den wir mit diesem Offizio beauftragt haben, und dass ihr verrichtet, was seine Eminenz euch befehlen wird. Und ihr sollt Acht geben auf das, was ihr verausgabt von den 500 Dukaten, die ihr habt, während ich dafür Sorge tragen werde, dass ihr, falls es nötig wird, mehr erhalten werdet, gegeben auf der Burg Nepi am vorletzten Oktober des Jahres 1500. Unterschreibet, sagte Lucrezia, die allerunglücklichste Prinzessin von Salerno. Salerno, wiederholte der Geheimschreiber und blickte zu seiner Gebieterin auf. Lucrezia hatte sich ihm genähert. Sie legte ihm ihre weiße Hand auf den Ärmel. Und nun schreibet einen zweiten Brief an Vicenzo, flüsterte sie bedeutsam. Ich verstehe, murmelte Christophero. Nicht mit Datum versehen, nicht zeichnen und in der Geheimschrift. Jawohl, eure Hoheit. Lucrezia diktierte voller Leidenschaft. Ich bin missmutig und von Kummer erfüllt, weil ich wegen meiner Rückkehr nach Rom nie etwas vernehme. Ich kann nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, ja nicht einmal mehr weinen. Sie fuhr fort, verzweiflungsvolle Worte zu diktieren. Gegen die Scheiben klatschte der Regen jetzt lauter. Plötzlich wurde draußen auf dem langsam ansteigenden Wege Trompetenschall vernehmbar, der sich an den Mauern der Burg wiederhallend brach. Und der Turmwächter, der auf der obersten Zinne die Signale erkannte, gab Antwort darauf. Ein einziges metallenes Geschmetter drang durch den Regen hindurch. Lucrezia war die Hände gegen die Brust gepresst, wie versteinert stehen geblieben. Christophoro erhob sich. Es ist der Herzog, murmelte er. Cesare, stammelte Lucrezia, und sie stürzte ans Fenster. Sie sah die Trompeter, die Fahnen, die Banner, sie sah die gepanzerten Reiter, die die Vorhut zu ihres Bruders Streitmacht bildeten, und sie hatte gerade noch Zeit, Christophoro zuzurufen, zerreißer den zweiten Brief, sofort. Auch den ersten fragte Christophoro, der schon den anderen zerriss, nein, verwahret den. Christophoro tat, wie sie befahl. Die Tür öffnete sich, die Pagen, die Edelfrauen, die Hofherren traten ein, auch Bruder Toribio. Es ist der Herzog, Madonna, riefen sie. Im Inneren der Burg entstand ein wirres Durcheinander, und von draußen kam der Schall der Trompeten, das dröhnende Trommeln und das Trappeln schwerer Rosse maratürbar. Der Schlossfugt erschien, um Lucrezias Befehle entgegenzunehmen, und eilte dann sogleich davon. Im Inneren der Burg hörte man die eisernen Ketten der Zugbrücke und der Mauertor rasseln. Rings um Lucrezia standen sie alle bleich und besorgt und begriffen diese Überraschung nicht. »Gehen wir dem Herzog entgegen«, befahl sie. Der Haushofmeister schickte die Pagen voran, die sich am Fuße der Treppe aufstellen sollten. Nun die Tür aufging, sahen alle Augen bereits von der Treppe her, wie sich der Hof mit den eisernen Reitern füllte, in deren Mitte sie alle sogleich Cesare di Borgia, den Herzog von Valencia, erkannten. Er stieg von seinem gepanzerten Rosse ab, und seine Bewegungen waren rasch entschlossen, dabei behendet und elegant. Er selber war eine schmucke, forsche Erscheinung, in voller Waffenrüstung, aus ziselierten und vergoldeten Silber. Unter dem offenen Visier seines Helmes, dessen Federn vom Regen trieften, blitzten aus seinen Augen der jähe, scharfe Blick eines Falten. Seine Nase war gerade, dunkelblonde Braun, zogen sich bis zu einer sehr geraden, scharfen Neidfalte auf seiner Stirn, zwischen dem rötlich-blonden Bart und Schnurrbart leuchtende Purpuren, sein allzeit lächelnder, grausamer Mund, der die kleinen, raubtürgleichen Zähne freiließ. Die Herzogin hörten alle in kurz- und gebieterisch Fragen. Feierlich grüßte ihn der Schlossvogt und wies mit zierlicher Geste nach innen. Da standen bereits die Pagen, und als Cesare, seiner Schwester oben an der Treppe ansichtig ward, wie sie ihm entgegenschritt, runzelte er nicht länger die Stirne. Sein Lächeln schien milder und froher. Er sah sie das erste Mal wieder nach dem Morde, der an Alfonso verübt worden, und seit der Stunde, da sie vor Schmerz schier von Sinnen gewesen war. Nun wogte es in ihr vor lauter Erregung, allein sie bezwang sich meisterlich. Inmitten ihres Gefolges von Damen und Hofherren näherte sie sich ihrem Bruder mit größter Verbindlichkeit, verneigte sich anmutig vor ihm und sprach, »Mein vielberühmter Bruder und Herzog, welch eine freundliche Überraschung! Seid willkommen in meiner Burg Nepi! Wenn ich etwas bedauere, so ist es dies, dass ihr eure Ankunft mir nicht meldetet, dann hätte ich euch festlicher empfangen können, als es mir nun leider möglich ist!« Tief neigte sie sich zum zweiten Mal vor ihm. Sie war sehr bleich unter dem Schwarz ihrer Schleier. In ihr war eine unbestimmte Angst um ihr Kind, um den kleinen Rodrigo. »Was wollte Cesare? Warum kam er hierher?« Er aber näherte sich ihr lächelnd, öffnete die Arme weit und schloss sie zärtlich da rein. »Vergebt mir, edle und anmutigste Schwester«, sprach er, und seine tiefe Stimme klang sanft und ritterlich zugleich. »Und duldet es, dass ich euch in meine brüderlichen Arme schließe, wenngleich sie von hartem Metall umkleidet sind.« Er umfasste sie behutsam, wie um sie nicht zu verletzen, und drückte ihr einen langen Kuss auf die Stirn. Sie zitterte. Kaum noch vernahm sie die höflichen Worte, die er klangvoll zu ihr sprach. An ihrer Hand geleitete sie ihn die Treppe hinauf. »Ist euch kalt?« fragte er. »Eure Hand zittert.« »Nein«, antwortete sie lächelnd. »Wenn ich zittere, so ist es vor Freude, weil ich euch wiedersehe.« Er war zufrieden und lachte. »Ihr seht in uns den Sieger von Pesaro. Ich komme von Pesaro, diesmal als Sieger ohne Schlag und Stoß. Pesaro hat sich für seine Heiligkeit und für uns, des Papstes unwürdigen Bannerherr, erklärt. Uns Forza, euren ersten nichtswürdigen Gemahl, verjagt, o Lucrezia.« Lucrezia schrak. »Wirklich?« fragte sie. »Habt ihr Pesaro genommen? Und Giovanni's Forza?« Cesare lachte laut. »Er ist geflohen«, sagte er lachend. »Seid unbesorgt, Lucrezia. Ich brauchte eurem ersten Gemahl kein Haar zu krümmen.« Nun zitterte ihre Hand in der Seinen, indes sie durch die dunkle Galerie dem Saale zu weiterschritten. Und sie war sich dessen bewusst, dass sie keinen Willen hatte, dass sie so ging, wie sie gehen musste. Neben sich fühlte sie den stechenden Falkenblick ihres Bruders, der spöttisch auf ihr ruhte und sie zugleich sehr zärtlich umfing. Doch einen Willen besah sie nicht. Hinter ihrer schmalen Stirne fühlte sie einen dumpfen Schwindel. Es war, als wenn ein großes Rad sich immerfort drehte, drehte, drehte. Und sie sah die vergangenen Dinge aus ihrer ersten Verbindung mit Giovanni's Forza. Kaum ein Jahr lang war ihr zu Pesaro ein beschauliches Dasein an seiner Seite beschieden gewesen. Wohl hatte sie ihn lieb gehabt, doch nicht mit der Leidenschaft, mit der sie Alfonso geliebt hatte. Oh, sie hatte gehofft, sie, ein Kind, ein blondes Kind von 15 Jahren, endlich doch an der Seite eines starken, geliebten Mannes in Ruhe leben zu können. Ihr Vater und ihr Bruder hatten sie allzeit wie einen Spielball betrachtet, wie einen Köder, so lieb beide sie auch haben mochten. Hatte man sie nicht in ihrer frühesten Jugend, als sie zwölf Jahre alt gewesen, schon verlobt. Erst mit Don Cherubino de Centelles, einem 15-jährigen Knaben, dann mit Don Gasparo von Antwerpen. Und immer wieder war die Verlobung gelöst worden und sie hatte kaum begriffen, was mit ihr geschah. Doch weil ihre kindliche Seele sich immer wieder in einem unvergänglichen goldenen Lachen froher Freude dem Leben entschloss, hatte sie nicht weiter nachgedacht. Hatte sich dem starken Willen ihres Vaters und der seltsamen Laune ihres Bruders des damaligen Kardinals gefügt und nur immer gedacht, wem werden sie mich nun geben? Sie hatten sie Sforza gegeben und ein Jahr der Ruhe hatte sie in Pesaro verlebt, ein Leben voll freundlicher Liebe und ruhiger Belehrung, jener Belehrung, wie sie sich für die vornehmen Jungfrauen ihrer Zeit geziemte. An ihrem Hofe waren Dichter und griechische Humanisten um sie gewesen und unter deren Leitung war sie von der Wortkunst der antiken, griechischen und lateinischen Schriftsteller berückt worden. Nun zogen diese lieben, ruhigen Tage blitzschnell vor ihrem Geiste vorüber. Doch damals, damals hatte der Ehrgeiz der beiden, des Vaters sowohl wie des Bruders wieder andere, neue Verknüpfungen erträumt. Damals hatten sie versucht, neue Bande zu knüpfen. Sforza frommte ihnen nicht, Sforza musste beiseite geschafft werden. Und sie, sie selbst? Ihr war das ruhige Leben in der stillen Stadtburg oder dem einsam gelegenen Landhause für ihre brausende Jugend gar zu eintönig erschienen. Ihr Gatte ließ sie häufig allein, wenn sein Dienst als Feldhauptmann in des Papstes Heer ihn zu Felde rief. Und so hatte sie sich dem Willen des Vaters gefügt, war plötzlich nach Rom gekommen, man hatte sie in die neuen Absichten eingeweiht. Ihre Ehe sollte gelöst werden, Cesare sollte den Kardinalspurpur ablegen, auf das sie beide, Cesare und sie, sich dem königlichen Hause von Neapel durch Ehen verbinden könnten. Die geistlichen Richter, die unter dem Vorsitz zweier Kardinäle ihre Ehe für ungültig erklären sollten, lösten die Verbindung mit Sforza unter der Begründung, dass sie noch jungfräulich sei. Sie selber beschwor, dass sie noch unberührt wäre. Wie ein Lamm tat sie alles, was man von ihr heischte. Sie blieb das willenlose Opfer ihres Vaters und ihres Bruders, die sie auf ihre Weise liebten, vor allem aber in ihr den Köder für ihren Ehrgeiz sahen. Nun, da sie allein mit ihrem Bruder in dem nämlichen dunklen Saale weilte, wo sie sich kurz zuvor mit Christophoro aufgehalten, zog diese ganze bewegte Vergangenheit, zogen diese letzten Jahre blitzschnell an ihrem Geiste vorüber. Vor allem aber sah sie dieses eine, ihren zweiten Gemahl Alfonso von Argon, der erst nach dem Rat seiner Freunde aus Rom geflohen, dann wieder zurückgekehrt, dann ermordet worden war, erstochen, erwürgt, Opfer der Rachsucht des Cesare, weil Alfonso's Vater diesem, dem einstigen Kardinal die Hand seiner Tochter zu verweigern gewagt hatte. Dies vor allem sah Lucrezia wieder vor sich, während ihr Bruder sie lächelnd anschaute, und der dunkel umwölkte Himmel von Blitz auf Blitz erhellt ward. Und ihr war, als sehe sie die ganze Vergangenheit in diesen Blitzen, als tauche sie vor ihr auf in dem Donner, der jetzt grölte. Meine zarte Lucrezia, sprach Cesare scherzend, ich freue mich aufrichtig, euch wiederzusehen, um in eurer Burg vor der Gewalt dieses bösen Unwetters Schutz zu finden. Denn wer die Kriegsgefahr nicht fürchtet, kann dennoch den prasselnden Regen und die böse Sturmgewalt fürchten, die ihn so übel zugerichtet vor der schönen Burg verarscheinen lässt. Tausendmal um Entschuldigung bitte ich dich, meine liebe Schwester, schon ob des kläglichen Anblickes, den dir meine Helmzieher bietet. Und er nahm den Helm ab, aus dessen rot-weißem Federbusch das Wasser drauf. Wollt ihr nicht ganz eure Rüstung ablegen, mein Bruder, indes wir warten, bis man uns zum Nachtmahl ruft? fragte Lucrezia und wischte ihm mit ihrem Taschentuch Schweiß und Regen von ihrer Stirn. Sie ist mir nicht lästig, antwortete er, und ich möchte gern gleich einen Augenblick geheimer Zwiesprach mit euch haben, denn allzu lange werden wir in Nepi nicht verweilen können, meine allerteuerste Lucrezia. Der Regen prasselte gegen die kleinen, runden Scheiben. In dem düsteren Gemach hoben sich die Gestalten dieser beiden Menschen reizvoll und anmutig von den dunklen Wandteppichen und Möbeln ab. Die Frau, sehr jugendlich, sehr blond, sehr zart in ihren schleppenden, schwarzen Samtgewand und umhüllt von ihren langen, schwarzen Schleiern, glich einer seltenen, dunklen Blume mit goldenem Herzen. Und auch von dem Mann, dessen goldene und silberne Rüstung zuweilen matt aufleuchtete, ging ein seltsamer Zauber ritterlicher Anmut aus. Für wahr die beiden waren, so wie sie da in den hohen, geschnitzten Stühlen zusammensaßen, Geschöpfe eines Jahrhunderts der Überkultur. Bruder und Schwester waren sie, doch dabei waren die Worte, die sie miteinander wechselten, so überaus gewählt und voller Courtoisie und in ihrem Italienisch mischte der hier und da durchklingende spanische Akzent einen tieferen, kehligen Ton bei. Sie tauschten ihre höflichen Reden, ihre formvollendeten Sätze wie graziöse Geschenke. All ihre Gebärden verrieten einen besonderen ihnen eigenen Schwung. Zwei auserkorene schienen sie. Auch zeugte ihr Geist, der des Mannes wie der Frau von der Verfeinerung ihrer Zeit. Antike Bilder schwebten ihnen vor, halb katholisch, halb hellenisch, römisch und in dem alltäglichen Gespräch, das Bruder und Schwester miteinander führten, tauchten immer wieder, wie etwas Selbstverständliches, klassische Anspielungen auf. Ihre Blicke wendeten sich gleichsam unbewusst jeder Schönheit zu. Beide schätzten die Künste, das Schöne in der Literatur, der Malerei, der Plastik. Und ihr Empfinden war durch einen Maler geschult worden, der seinen Heiligen und Kaisern immer wieder die Züge geliehen hatte. Pinturicchio. Aber in diesem scheinbar so auserkorenen, verfeinerten Wesen hatten sich Herz und Seele ursprünglich barbarisch und unverfeinert erhalten, wie in primitiven Urzeiten. In der Seele des Mannes lebte einzig die roh und gewalttätig, alle Hindernisse überwindete Sucht nach Größe. Das Herz der Frau war das einer Sklavin geblieben, einer Sklavin, derer, die stärker waren als sie in ihrer anmutigen Schwäche, der Sklavin ihres Bruders, der Sklavin ihres Vaters. In der Seele der Frau wohnte weiter ein fast unbewusstes Sehnen nach Freude, nach Glanz und Prunk, Sehnen danach, Nebel zu verlassen. Und in dem Herzen des Mannes, der ihr Bruder war, blühte eine seltsame, beinahe verliebte, lächelnde Zärtlichkeit auch für seine blonde Schwester, die er so schön fand, wie ihm noch nie eine Frau erschienen war. Nur einen Augenblick geheimer Zwiesprache, wiederholte Cesare, dieweil er sich der Rüstung nicht achtend wohlig in die Polster des hohen Sessels schmiegte. Höret, Lucretia, ihr könnt hier nicht bleiben, mag nicht wie anfangs eurem Leid und eurer Trauer angemessen gewesen sein. Nun, da die raue Jahreszeit naht, muss euch der Anblick jener Felsen sogar an Tagen, die schöner sind als dieser, schwermütig stimmen. So ist es, flüsterte sie. Ihr müsst fort von hier, fuhr er leicht hinfort, während er sich umblickte. Wir müssen euch einen anderen Gemahl finden. In ihrer kindlichen Seele flammte eine zähe Hoffnung auf, zugleich aber auch eine flüchtige Wehmut im Gedanken an Alfonso, ihren geliebten Alfonso. Ja, wiederholte er in fast heiterem Ton, wir werden euch einen anderen Gemahl finden, und ich bin davon überzeugt, dass Alfonso sich geehrt und geschmarchelt fühlen wird, es zu werden. »Alfonso?« rief sie erstreckt aus und verstand ihn nicht. »Oh«, sagte er gelassen, »ich meine Alfonso Deste, den Erdprinzen von Ferrara.« Sie barg das Antlitz in den Händen. »Was tut es, dass er den gleichen Namen trägt wie euer einstiger Gemahl? Das Glück hängt nicht von einem Namen ab.« »Glücklich war ich mit Alfonso von Aragon«, stammelte sie. »Ihr werdet doch gewiss nicht daran zweifeln, dass seine Heiligkeit und ich nichts anderes im Auge haben, als euer wahrhaftiges Glück, nicht wahr, Lucrezia?« »Was weiß ich von den Gedanken, die ihr beide hegt,« erwiderte sie leicht widerstrebend. »Habt ihr mich nicht immer und immer wieder versprochen, gegeben, zurückgenommen wie ein Ding, wie eine Sache? Habt ihr mir nicht stets wieder genommen, was ihr mir gegeben hattet? Erst Giovanni Sforza, dann meinen Alfonso, und wird das nicht so weitergehen, bis...« »Bis«, unterbrach er sie lächelnd, »bis ihr, Lucrezia, euer Glück gefunden habt.« »Und dann...« Er vollendete nicht, es blitzte, und gleich darauf folgte ein entsetzlicher Donnerschlag. »Heilige Mutter Gottes«, stammelte Lucrezia, »sei mir gnädig!« Sie war aufgefahren, nun hing sie gleichsam in ihres Bruders Armen. Er küßte sie sanft auf die Stirne. »Es war nichts,« Lucrezia sagte mit tiefer und trostvoller Stimme, »lein Donnerschlag. Wahrlich, Nepi ist ein düsterer Ort. Wenn ihr Vertrauen zu meiner Vermittlung habt, dann verlasset Nepi so bald als möglich.« »Ja, ja«, sagte sie stammelnd, »ich will fort von hier, koste es, was es wolle, um jeden Preis nur fort von hier.« »Nichts«, sagte er lächelnd, »nichts wird es euch kosten. Es wird euch eine der schönsten und glänzenden Kronen Italiens verschaffen, die Krone der Herzogin von Ferrara.« Vorhänge wurden zur Seite geschoben, Türen wurden geöffnet, Pagen, Damen und Hofherren wurden wie düstere Schatten in dem dunklen Vorraum sichtbar. Der Haushofmeister kündigte an, dass angerichtet wäre. Die Salutschüsse donnerten vom Castel Sant'Angelo über Rom und eine ungeheure Volksmenge drängte sich durch die Straßen und über die Plätze, um die Gesandten von Ferrara anzuschauen. Sie waren von der Ponte Molle hergekommen, dann durch die Porta del Popolo geritten und begaben sich nun in den Vatikan. Es war ein glänzender Zug von mehr als 500 Reitern. Voranzug hoch zu Ross, der Kardinal Ippolito d'Este, ihm zur Seite Cesare di Borgia, der ihm entgegengeritten war. Der Feldhauptmann trug eine reichvergoldete französische Rüstung und darüber einen Waffenrock aus goldenem Gewebe. Sein eigenes Gefolge bestand aus sechs Pagen, hundert berittenen Edelleuten, zweihundert schweizerischen Hellebardieren in schwarz-gelbem Samt mit dem Banner des Papstes, dem Stier von Borgia unter der Mitra und zwischen den Schlüsseln. Der Gesandte Frankreichs begleitete den Banner Herrn und das Volk raumte sich zu, dass der König von Frankreich eigentlich alle Einwände des stolzen Hauses Deste besiegt und dass es somit Ludwig XII. sei, der den Estes die bevorstehende Hochzeit aufgedrängt habe. Eine Heerschar von 4000 Söldnern folgte dem Feldhauptmann, eine Schar von 2000 Mann den städtischen Autoritäten. Die Piazza del Popolo war zu klein, um diese ganze Entfaltung von Stolz und Kraft und Pracht zu fassen. Man musste sich außerhalb der Tore aufstellen, vor denen sich ein weiterer Rasen dehnte. Auf dem Platz selber begrüßten 19 Kardiniele, 19 in Purpur tragende Kirchenfürsten die Gesandtschaft. Die Begrüßung und die wechselseitigen Ansprachen dauerten zwei Stunden und der Abend brach herein und das Volk, das bei so vielen blumenreichen Worten ungeduldig geworden war, stürmte zum Vatikan. In der großen Lodger inmitten des Glanzes der Fackeln stand der Papst und schüchtern wies man auf Alexander. Als er dem Volke seinen Segen erteilte, machten viele insgeheim mit dem kleinen Finger und Zeigefinger eine abwehrende Gebärde. Denn wenn er nicht der Teufel selber war, so musste er doch ein Dämon der Hölle sein und so mochte sein Segen wohl einen heimlichen Fluch bedeuten. Dennoch waren aller Blicke durch seine Erscheinung wie gebannt. Er erschien riesengroß in seinem schleppenden, schneeweißen Samtgewande, dessen weiße Kante bis auf seine schneeweißen Pantoffeln herunterfiel. Überall dieser in schwarzen Falten herabfallenden Weise glänzte gerötet sein Antlitz mit den majestätischen Zügen. Seine funkelnden Augen waren wie strahlende Sonnen. Die Adlernase und der lachende kleine sinnliche Mund gaben ihm das Aussehen eines Verführers, eines Zauberers. Sein erst leicht angegrautes, doch dunkles, üppiges und lockiges Haar krönte die Tiara, deren drei Reihen Juwelen in dem Schein der qualmenden Fackeln blitzten. Wie schön er ist, flößerten die Frauen in der Volksmenge. Und während er den Segen spendete, knieten sie nun nieder. Sie alle wähnten, er sah ein Dämon, aber sein Blick und sein Lächeln ließen sie doch alle vor ihm auf die Knie fallen und ihn anbieten. Der Abend war nun vollends hereingebrochen, als der Platz, den die Spirren gesäubert hatten, indem sie das Volk in die Seitengassen abdrängten, sich mit dem Zuge füllte. Die Gesandten stiegen ab. Mit dem Kardinal Ippolito waren noch fünf Prinzen von Äste gekommen, von denen zwei den Bischofshut trugen. Außerdem waren da die angesehensten Vassallen von Ferrara, Mirandola, Bevil Asqua, Bentivoglio. Der Papst empfing sie oben an der Ehrentreppe. Er stand da, wie ein lächelnder weißer Gott riesengroß vom Licht der unzähligen hochgehobenen silbernen Leuchter beschienen. Er strahlte wie eine Hostie in der Monstranz. Der Bannerherr stellte ihm die Gesandten vor und sie knieten auf der obersten Stufe und küssten ihm beide Füße. Es war nun tiefe Nacht geworden. Draußen war der Platz in einem flammenden Wald qualmender Fackeln verwandelt. Unter dem schmetternden Klang silberner Trompeten geleitete Cesare, die Prinzen von Äste und die übrigen Gesandten zu Fuß nach dem gegenüber vom Vatikan liegenden Palaste der Lucrezia. Aus allen Fenstern hingen kostbare Teppiche, vor allen Fenstern brannten Lichter. Hinter den Söldnern staute und drängte sich das Volk, um die Herzogin zu sehen, die hinter den geöffneten Doppeltoren ihres Palastes die Ehrentreppe hinabstieg und unter dem strahlenden Glanze unzähliger brennender, hochgehobener Leuchter den Gesandten und ihren zukünftigen Schwägern und Neffen entgegenschritt. Auf halber Treppe stellte Cesare ihr die Prinzen und Gesandten vor und sie alle waren durch Lucrezias Schönheit sichtbar betroffen. Sie küsste ihre zukünftigen Schwäger und Neffen nicht, neigte sich nur französischer Sitte gemäß sehr tief vor ihnen mit solch ungewöhnlich graziöser und bezaubernder Anmut, dass alle, der Kardinal, die Bischöfe, die Prinzen, die Grafen, die Barone bezaubert und besiegt lächelten. Die zukünftige Braut trug ein langes Schleppgewand aus silberfarbenem Tuch, darüber ein mantelförmiges Oberkleid aus schwarzbraunem Samt mit einem breiten Saume aus Zubel und aus diesem hell und dunkel aus diesem Licht und Schatten strahlte ihre eigene blonde Schönheit ihnen verführerisch entgegen wie ein Zauber, sodass sie kaum Worte fanden, die gewählt genug schienen, um auf die ihren zu antworten. Sie strahlte dort selber als höchster Glanz inmitten des Glanzes all jener Leuchter, die ihre blonden Pagen emporhoben. Der Kerzenschimmer wob eine Aureole um ihre liebliche Blondheit, die von einem durchsichtig grünen Schleier an einem sehr schmalen goldenen Bande leicht verhüllt war. Von ihren Schläfen an ihrem Halse entlang tropften Perlen bis in ihren Schoß hinab. Auf ihren schneeweißen Busen funkelte und blitzte ein ungefasster Edelstein, den keiner von allen mit Namen zu nennen vermocht hätte. Lucrezia und Cesare leiteten den Kardinal Hippolyte und den großen Saal und baten ihn niederzusitzen und sie selber ging dann zu allen Prinzen und Abgesandten rundum. Für jeden fand sie ein verbindliches Wort und ihre Schönheit, ihre Anmut, ihre Grazie, ihre Lieblichkeit ohnegleichen gewann ihr alle Herzen. Widerwillig, beinahe feindselig waren sie gekommen, um diese Bastardtochter des Borgia als Braunt ihrem Erbprinzen nach Ferrara zuzuführen. Gekommen waren sie nur gezwungen nach einem ganzen Jahr voller Intrigen, Aufschub, endlosen Verhandlungen über die Bedingungen dieser Heirat und die Mitgift. Gekommen letzten Endes, weil der König von Frankreich es so wünschte und nun, da sie Lucrezia sahen, so zart, so blond, so schön, so lieblich, so anmutig, so vornehm, so würdig, so voller Grazie wie eine Prinzessin, die auf den Stufen eines allerhöchsten Thrones geboren war, einer Märchenprinzessin gleich, nun vermochten sie nur zu lächeln, waren besiegt, bezaubernd. Und endlich fanden sie dann die sinnigen Antworten, die zierlichen Redewendungen wieder, als sie lächelnd die kleinen, anmutigen Geschenke römischer Goldschmiedekunst entgegen nahmen, die sie unter sie verteilte. Nun lehrten sie die Pokale, an die sie zuerst die Lippen gesetzt hatte. Und der Kardinal Ippolito sprach, es sei mir vergönnt, allergnädigste Herzogin und Herren, euch, neben den Grüßen eures zukünftigen Schwiegervaters, des Herzogs Ercole und der Versicherung, der Liebe eures Beutigams Alfonso, insbesondere auch den Ausdruck der Zuneigung meiner Schwester Isabella, der Markgräfin von Mantua, zu überbringen. Lucrezia errötete vor Freude. In diesem Augenblick weltlichen Triumphes war sie am alleranmutigsten, am allerschönsten. Die unverholene und doch ehrfurchtsvolle Bewunderung all dieser Prinzen und Edlen, die kamen, um sie ihrem neuen Bräutigam, ihrem dritten Gemahl zuzuführen, ließ sie alle Schrecken, alle erlittene Unbill vergessen. Dachte sie noch des hässlichen Prozesses, der ihrer Scheidung von Sforza vorangegangen war? Dachte sie noch an all das Grausige des Mordes, der an ihrem so innig geliebten 18-jährigen zweiten Gatten verübt worden war? Des Mordes, den Cesare selber befohlen, den Cesare selber betrieben hatte? Jener Cesare, an dessen Arm sie nun strahlend schön wie eine Fee, ein Heerschritt. Jener Cesare, der ihr ins Ohr flüsterte, Lucrezia, seht ihr dort den jungen Mann, den dunkelblauem Samt, der unter dem Turbogen in ein kleines Büchlein schreibt? Stellt euch so, als seht ihr ihn nicht, aber habt dennoch Acht auf ihn, und ich werde euch sagen, wer er ist. Und wer ist der? fragte sie neugierig, weil Cesare sie auf diesen geringen Edelmann aus dem Gefolge eines der Gesandten eigens aufmerksam machte? Nun, sein Name wird euch nichts bedeuten, wenn ich euch auch sage, dass er Elbrette heißt. Doch es wird euch interessieren zu fahren, was er ist. Und was ist er denn? fragte Lucrezia. Er ist der Geheimschreiber der Isabella von Mantua. Und diese stolze Fürstin, deren Gruß euch soeben übermittelt wurde, hat ihn eigens hierher gesandt, damit er, was? fragte Lucrezia. Damit er getreulich über alle Empfänge und Festlichkeiten berichte und ihr vor allem eine genaue Beschreibung all eurer Gewänder gäbe, Lucrezia. Und ich bin davon überzeugt, dass wir so, wie wir Einblick in sein Büchelchen verlangten, darin eine sehr sorgfältige Beschreibung eures Gewandes aus silberfarbenem Tuch und schwarzbraunem Samt und eures grünen Schleiers finden würden, Schwester. Sie lachte in geschmeichelter Eitelkeit, froh und glücklich und wahrlich. In diesem Zustand hatte sie den hässlichen Prozess, hatte sie den an ihrem geliebten Alfonso begangenen Mord, hatte sie die dunklen Trauertage von Nepi vergessen. Lachend und scherzend führten die beiden Kammerfrauen Lauretta und Giuditta, deren jede eine seiner Hände hielt den Elbrette in ein großes Vorzimmer, wo er die Aussteuer der herzoglichen Braut in Augenschein nehmen sollte. Wenn aber die Herzogin mich sieht, sagte er, halb widerstrebend, halb neugierig. Und alle drei fuhren erschreckt zurück, als sie im Vorzimmer sechs Hofdamen gewahrten, die mit Listen in der Hand beschäftigt waren, große Stapel Linnen nachzuzählen. Elbrette nahm sogleich sein Büchelchen zur Hand, um Aufzeichnungen zu machen, und die Hofdamen führten ihn selbst durch das Vorzimmer. Sie zeigten ihm Gewänder, die fast alle mit Zobel und Hermelin besetzt waren. Dann solche aus glänzendem Brokat und weißem Atlas, und sie nannten ihm die Preise, 15.000 Dukaten, 12.000 Dukaten. Die kostbaren Hemden, die sie soeben zählten, gab es 200 an Zahlen, und es waren solche darunter, die 100 Dukaten kosteten. Mancher Ärmel an jenem Hemden kostete allein 30 Dukaten, und sie waren mit Goldspitze und Fransen besetzt. Elbrette notierte fieberhaft. Doch als aus dem gemachte Herzogin eine Musik von Tambourinen und Geigen ertönte, fragte er, ist heute Abend Empfang bei der Madonna? Oh nein, antworteten die Damen oben hin. Die Herzogin hat nur ihre Freude daran, einmal ihre Frauen tanzen zu lassen. Ihr mögt ruhig um die Ecke schauen. Elbrette sahen die Ecke durch den Spalt eines schweren, dunkelroten Samtvorhanges. Er schaute in das von Kerzen hell erleuchtete Schlaf gemachte Lucrezia, und sie selber sah er neben ihrem vergoldeten Bette sitzen und den Takt angeben, indem sie in die Hände klatschte. Und da sie gerade verstohlen auf den Vorhang schaute, traf ihr Blick seine Augen, und sie lachte und gab Befehl, dass Elbrette hereingeführt würde. Flux verbarg er sein Büchelchen und kniete höflich vor der Herzogin nieder. Sie aber bedeutete ihm, mit der Gäste einer Königin stolz und gnädig zugleich, dass er sich erheben möge. Im Hintergrund des Gemaches standen zwölf junge römische Frauen. Das viereckige Kopftuch auf dem Haar, das schwarze Samtmieder über dem weißen Linnenhemde verschnürt, die bunte, grellfarbige Schürze über dem roten oder gelben Rock. Und die tanzten nun immer zwei zu zwei und begleiteten sich mit ihren Tambourinen. Und ein Fiedelspieler war da, und zu dessen Weise tanzte auch einer von Lucrezias spanischen Edelleuten mit einer der Hofdamen. Und darauf tanzte sie selber mit einem der Prinzen von Estep. Und Flux notierte Elbrette in sein Büchelchen, dass die Madonna eine spanische Camorra aus dunkelgrünem Samt mit goldenem Bande eingefasst trage und sehr enge Ärmel aus weißem Atlas mit kleinen Puffs auf Goldstoff und dass ihr Spitzenhemd aus dem weit ausgeschnittenen Mieder zum Vorschein komme. Notierte weiter, dass sie eine Lenzer, ein Haarnetz aus Goldband und Marken habe, und sie so anmutig tanze, dass alle Augen und aller Lächeln wie gebannt an ihren Bewegungen hingen. Am folgenden Tage aber sollte im Vatikan der feierliche Ringwechsel stattfinden zwischen der Braut und dem nach herrschenden Brauch stets abwesenden Bräutigam. Die ganze Gesandtschaft von Ferrara holte Lucrezia ab, um sie zu Fuß zwischen dem Spalier einer Ehrenwache und einer Kette von Fackelträgern in den Vatikan zu führen. Und sie trug ein langes schleppendes Gewand aus Goldbrokat über einem karmesinroten Samt in einem Unterkleide mit schmalem Hermelinbesatz. Ihre langen Ärmel hingen vierkantig fast bis zur Erde hernieder. Ein turbanartiger Kopfschmuck aus Goldgase, karmesinroter Seide und schwarzem Samt krönte blondes Haupt und sie trug außer einer einzigen Schnur sehr großer Perlen, keine anderen Juwelen als einen sehr großen Smarag, einen Rubin und dazwischen eine birnenförmige, ungewöhnlich große Perle. Don Ferrante und Don Sigismondo, ihre zukünftigen Schwäger, geleiteten sie an der Hand zu der St. Peterstreppe. Und sie lachte glückselig und sprach froh und heiter und Musik von Streichinstrumenten erklang. In der Sala Paulina erwartete sie der Papst Alexander, der sie, seine sehr geliebte Tochter und nicht, der ihn Christo nannte. Um ihn waren alle Kardinäle und Cesare, der Bannerherr, saß ihm zur Seite auf einem Sessel. Lucrezia küßte den Fuß seiner Heiligkeit und nahm an seiner anderen Seite gleichfalls auf einem Sesselplatz. Hinter ihr standen die Gesandten von Frankreich, Spanien und Venetien. Der Bischof von Adria hielt die Traurrede. Ungeduldig runzelte Alexander die Brauen. Macht's kurz, macht's kurz, befahl er deutlich vernehmbar dem Bischof. Darauf richtete Don Ferrante Deste, der als Schellvertreter seines abwesenden Bruders des Beutigams hinter einem vergoldeten Tische saß, an Lucrezia, die sich erhoben hatte und näher getreten war, die verschiedenen Fragen. Jede der Fragen beantwortete sie mit Ja. Und dann steckte ihr der Don Ferrante den Ring an den Finger und sprach, diesen Verlobungsring sendet euch Alleredelste Donner Lucrezia, der vielberühmte Don Alfonso aus freier Wahl und in seinem Namen stecke ich ihn euch an den Finger. Lucrezia antwortete leise, und aus freier Wahl nehme ich ihn entgegen. Darauf verlas der Notar die Urkunde und bot dem Kardinal Ippolito Deste den Brautschmuck dar. Alle Anwesenden lauschten andächtig, alle waren gespannt, die Worte zu hören, die der Kardinal wählen würde. Es war keinem ein Geheimnis, dass diese Darrechnung des Brautschmuckes keine Schenkung bedeutete. Nur der Ring war ein Geschenk. Allein der Kardinal überreichte die kostbaren Juwelen in dem offenen Schrein mit so schwungvollen Worten und so großem Takt, dass Alexander selber sprach, euer Eminenz Worte erhöhen den Glanz dieser Juwelen. Fest folgte auf Fest in einem Rausch, fanden des Nachmittags Wettrennen und Stiergefechte statt, so gab es am Abend Tanz- und Theatervorstellungen. Bei einem Stiergefecht hatte der Gonfaloniere selber einem Stier mit einem einzigen Hieb seines Schwertes den Kopf abgeschlagen. Danach hatten die spanischen Matadore unzählige Stiere und wilde Büffel getötet. Während nach diesen mittäglichen Veranstaltungen die Straßen Roms von der wimmelnden Volksmenge erfüllt waren, es war Karneval, der wegen Lucretias Hochzeit früher gefeiert wurde, und maskierte Kurtisanen drängten sich in dichten Scharen durch die Menge oder saßen auf den Altanen ihrer Häuser, erstrahlten abends der Vatikan und der St. Petersplatz im Glanz von Feuerrädern, Fackeln, Kandelabern. In dem Saale, den Pinturicchio mit Fresken aus dem Leben der Heiligen geschmückt hatte, saß Alexander frohgemut auf seinem Thron und lachte in stets neuer Freude oft laut auf. Rings um ihn saßen auf niedrigen Sesseln Cesare und Lucretia und die Gesandten, und die Höflinge lagen auf Kissen am Boden, und schauten der Theatervorstellung zu. Nach dem Menechmen des Plautus wurden Allegorien und Eklogen gezeigt, in denen Götter und Schäfer das Haus Borgia verherrlichten, oder es wurden Ballets getanzt, die man Moreske nannte, und Lucretia selber tanzte auf Bitten des Papstes mit Cesare. In diesen Tagen zog sie sich plötzlich häufig in ihren eigenen Palast zurück und blieb dort unsichtbar. Ihre Edelfrauen meldeten, die Herzogin lasse sich das Haar waschen, oder aber sie sei mit ihrer Aussteuer sehr beschäftigt. In Wahrheit waren es je Anfälle von Schwermut, die über Lucretia kamen. Dann verweilte sie oft einen ganzen Tag in ihrem verdunkelten Gemach oder begab sich unauffällig maskiert in schlichter Sänfte zur Piazza di Merlovo Madonna Manoza. Ihre Mutter wohnte. Die Mutter der Kinder Alexanders des Sechsten besaß dort einen geräumigen Palast, und obwohl sie im Vatikan niemals erscheinen durfte, kamen ihre Kinder häufig, um sie zu besuchen. Lucretia also ging auch zu ihr, und sie hatte die klagende Stimme eines verwöhnten Kindes, eines jungen Lämmchens beinahe, als sie rief, Mütterchen, kleines Mütterchen, und sich dann die Maske abriss, sich der Mutter in die Arme an die Brust warf und dann auf einem Kissen zu Vannotzas Füße hockte. »Mein liebes, schönes Kind«, sprach Vannotza und streichelte Lucretias weiches Blondhaben. »Kommst du heut zum letzten Mal? Ist die Abreise des Brautzuges schon bestimmt, und kommst du, Abschied zu nehmen von der Mutter, werde ich dich nie, niemals wiedersehen?« »Nein, nein«, rief Lucretia aus, »es ist nicht das letzte Mal. Ich komme wieder, ich komme wieder. Vor dem Neujahrstage gehen wir nicht fort, aber ich bin gekommen, Mutter, weil ich so traurig war und so müde, und weil ich in meinem eigenen Gemächen keine Ruhe fand. Ich bin traurig und müde, jeden Tag und jede Nacht wird ein Fest gefeiert, und wenngleich ich feste Liebe, so ermüden mich doch diese endlosen Festlichkeiten, inmitten derer mich auch meine traurigen Gedanken noch bestürmen. Allein in meinem Palast vermag ich sie nicht auszudenken, weil ich dort immer von meinen Damen, meinen Hofherren, meinen Narren, meinen Näherinnen und Stickerinnen umringt bin. Darum komme ich zu euch, Mutter, um hier zu denken, zu weinen, zu klagen, laut über mein schreckliches Leben zu klagen. Wo sonst könnte ich denn klagen als hier? Wo könnte ich meinen Jammer hinausschreien? Still, Kind, still, mein armes Kind. Müde bin ich und traurig, und ich leide unter der Vergangenheit, und ich bin wie betäubt von der Gegenwart, und ich fürchte mich vor der Zukunft so sehr, so sehr. Wie lastet meine Vergangenheit so schwer auf mir, als wäre ich schon uralt? Wenn ich des Nachts vor lauter Übermüdung nicht schlafen kann, sehe ich ihre gespenstischen Schatten auftauchen. Mein Kind, mein armes, liebes Kind. Dann sehe ich Giovannis Forza, meinen armen ersten Mann, den ich in den stillen Tagen zu Pesaro doch lieb hatte, und ich sehe mich selbst als eine meineidige, die schwur, dass sie noch Jungfrau sei, aus staatsrechtlichen Gründen Kind, und dein Vater erteilte die Absolution. Und ich sehe Alfonso, meinen armen Alfonso, und ich sehe Juan, unseren armen Juan, meinen unseligen Bruder, den Cesare, wie wir alle wissen, oh, schweige, Kind, schweige. Und am kommenden Tage sitze ich dann wieder in meiner Loge und schaue dem Turnier zu, oder dem Stiergefechten, des nähert sich mir Cesare, mein Bruder, und Henker, und er lächelt mir zu, und ich befestige meinen Schleier an seinem Helm, und mir zur Ehre nimmt er den Kampf mit dem Stiere auf, und des Abends sitze ich an der Seite seiner Heiligkeit wie eine Prinzessin, und um mich her ist alles prächtig und glänzend, und ich tanze, weil meinem Vater kein Schauspiel so gut gefällt wie mein Tanz. Ich tanze und lache und bin guter Dinge, und währenddessen denke ich, in wenigen Tagen reise ich ab zu einem dritten Gemahl, den ich nicht kenne, der, wie man mir sagt, finsteren Sinnes ist, und der mich, die Bastardtochter der Borgias, schon jetzt hasst, der mich hasst, wie mich vielleicht all die Estes hassen, und dann, liebstes Mütterchen, fürchte ich mich so vor der Zukunft so sehr. Zumal deshalb, Mutter, weil sie noch nicht alles wissen. Schweige, Kind, schweige. Weil sie nicht alles wissen. Oh, wenn sie wüssten, wenn sie wie ich und Sancha das von Cesare wüssten. Sie vermuten vielleicht etwas, aber sie wissen nichts, wenn sie wissen, dass ich, die zukünftige Erbprinzessin, ihre zukünftige Tochter und Schwester, mich in ein Kloster habe zurückziehen müssen, weil... Rau legte die Mutter der Tochter die Hand auf den Mund. Schweige, sprach sie hart. Du bist von Sinnen, du weißt nicht mehr, was du sprichst. Schweige davon. Niemand weiß etwas. Niemand wird je etwas wissen. Und meinen Rodrigo, mein armes Kind, muss sich zurücklassen. Oh, Mutter, Mütterchen, oftmals kommt das mitten beim Tanz oder Turnier oder Bankett plötzlich über mich, und dann fühle ich mich so müde, und dann ist mir so bange, so weh, so bange, weil sie nicht alles wissen. Sie schluchzte jetzt zu Vanotzers Füßen, und die Mutter fuhr ihr über das Haar und streichelte es und tröstete ihr Kind, so gut sie es vermochte. Allein sie selbst, die Mutter, fühlte, dass ihr Herz voll Traurigkeit war, denn auch sie fürchtete für die Zukunft ihrer Tochter, die dort in Ferrara so fern für sie verloren sein würde. Und die Nacht senkte sich herab, die glitzernde, kalte Dezembernacht, und Lucrezia lag da und schlief und hielt das blonde Haupt und das Knie der Madonna Manoza gelehnt. Bis sie plötzlich zusammenschrag und erwachend daran dachte, dass im Vatikan ein Festmahl zu Ehren der Gesandtschaft ihres Bräutigams stattfand. Und dann legte sie sich nach einer letzten leidenschaftlichen Umarmung der Mutter die Maske vor und ließ sich in dichtgeschlossener Senfte mitten durch die johlende Menge tragen, die den Karneval feierte. Es war am 6. Januar 1502, dem Tag der Abreise, nachmittags gegen 3 Uhr, und ganz Rom strömte zum St. Petersplatz oder zur Piazza del Popolo, um den Zug und die Herzogin zu sehen und ihr zuzuwinken. Lucrezia hatte von ihrem Vater Abschied genommen und der Papst hat ihr zugerufen, sei guten Muts, mein teures Kind, sei guten Muts, schreibe mir allzeit, wenn du etwas brauchst. Ich werde mehr für dich tun, als ich bisher je für dich getan habe. Und während der langen, ermüdenden Reise, schreibe mir Tag für Tag, damit ich weiß, wie jeder deiner Tage verlaufen ist. Er war sehr gerührt, der Papst Alexander. In dieser dämonischen Seele lebte eine menschliche Regung, die Liebe für die Seinen. Wie oft er auch Lucrezia nur als Köder angesehen, wie gewissenlos er sie auch als Spielball benutzt haben mochte, dennoch hatte er sie lieb mit einer echten, ursprünglichen, unermesslichen Liebe. Neben seinen eigenen politischen Zwecken dachte er insbesondere an ihre Stellung. Und Stellung war für ihn gleichbedeutend mit Glück. Nun sollte es sich vollenden. Lucrezia zog als Braut zu dem Erbprinzen, eines der vornehmsten italienischen Fürstenhäuser, zog dem Thron entgegen. Dem Papst Alexander, dem dämonischen Borgia, wurden die Augen feucht. Und er eilte von Balkon zu Balkon, um Lucrezia noch einmal zuzuwinken, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Es war ein kalter Tag, und der Wind blies scharf über die Berge einher. Lucrezia, die zu Pferde saß, erwiderte winkend den Gruß des Vaters. Sie ritt auf einem weißen, goldgezäumten Zelter und trug ein mit Hermelin umsäumtes Reisegewand aus schwerer roter Seide und einen großen Hut mit roten Federn. Das blonde Haar hielt ein dichtes Netz aus Golddraht gefangen. Die Reise einer fürstlichen Brau zu ihrem Bräutigam war eine Zeremonie. Ein Schaugepränge, das diesmal länger als einen ganzen Monat werden sollte. Um Lucrezia ritten in vollem Staat die Prinzen von Ferrara und der Kardinal Cosenza, Erbeichtvater und Vertrauter. Der ganze Zug zählte mehr den tausend Personen. All die Kardinäle geleiteten Lucrezia bis an die Porta del Popolo. Der Gonfaloniere, Cesare, der Kardinal Ippolito Deste, der Magistrat von Rom, sie alle ritten mit, bis an die Ponte Molle nahmen dort Abschied, kehrten dann zurück. Und das Brautgeleite zog im Schritt weiter durch den scharfen Wind. Mit den Narren, den Edelfrauen, den Kavalieren, alle zu Pferde und allesamt mit hellfarbigen Gewändern und mit wehenden Federn angetan, war es eine fast unwirkliche Gala-Eskorte, die sich da mühselig und umständig fortbewegte und länger denn dreißig Tage sich sofort bewegen sollte. Heftig fuhr der Wind durch die Federn. Ein paar verirrte Regentropfen ließen Flecken auf der Seide und dem Samt der Gewänder. Senften standen für die Frauen zur Verfügung, doch wollten diese nur bei Platzregen vom Pferde steigen. Und das Brautgeleite zog langsam, feierlich, vielfarbig inmitten der schwer bewaffneten Reiter der Eskorte trappelnd weiter seines Weges. Banner und Wimpel flatterten. Hundertfünfzig Maultiere waren vor die Wagen gespannt, die alle Kisten und Truhen der Braut trugen. Die Bauern eilten herbei, um dem Schauspiel zuzuschauen und wussten kaum, wer da so vorüberzog. In Kastelnowo wurde am ersten Tage Halt gemacht und genächtigt, um die Orte, in denen der Zug übernachtete, nicht allzu schwer zu belasten, denn sie waren zur Unterbringung des Gefolges verpflichtet, rückten einige Abteilungen des Gefolges in die entlegene Ortschaft. Ein päpstlicher Brief, der überall hingeschickt worden war, lautete also Geliebte Söhne, unseren Gruß zuvor und apostolischen Segen. Wir wünschen und befehlen, dass aus Anlass der Reise unserer in Christo geliebten Tochter, der edlen Frau Herzogin Locrethe, die Borgia, die sich mit einem starken Geleit zu ihrem Gemahl, unserem geliebten Sohne, dem edlen Erfolso, die Ferrara, begibt 200 Reiteres Gefolges aufgenommen und mit allen Ehren bewirtet werden, so ihr unsere Gnade euch erhalten, so ihr unsere Ungnade vermeiden wollt. Gegeben zu Rom, St. Peter unter dem Siegel des Fischerringes, Dezember 1501. An den folgenden Tagen wurden in Narni, Terni, Spoleto halt gemacht. Am sechsten Tage erreichte der Zug Foligno. Lucrezia und ihre Hofdamen und Kammerfrauen fühlten sich so abgespannt, dass sie sowohl zu Spoleto wie auch zu Foligno einen ganzen Tag rasteten. Es wurde sogleich an den Papst sowohl wie auch an Ferrara die Botschaft gesandt, die Braut würde nicht eher als am 2. oder 3. Februar Ferrara erreichen können. Hatte Lucrezia gerastet und hatte sie sich das Haar waschen lassen, so zog der Brautzug feierlich Schritt um Schritt weiter auf dem weiß bestaubten Wege bald von einem Regenschauer, dann wieder von einem scharfen Wind überrascht. Und immer blieb dieser unwahrscheinliche Prunk, diese seltsame Parade einer Märchenprinzessin, die anzuschauen alle Bauern herbeieilten. Und an jedem Abend, in jeder Ortschaft gab es den nämlichen Triumphwagen mit Allegorien, die ansprachen und festlichen Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Lucrezia wurde in Versen verherrlicht, an Schönheit über die Venus, an Keuschheit über die römische Lucrezia gestellt. Und dann waren die Obersten der Stadt festlich angetan mit langen rotseidernen Mänteln, der Braut beim Absteigen behilflich und führten sie in ihre Paläste. So, von Stadt zu Stadt zieht, erreichte das Brautgeleite am 18. Januar Urbino. Und der Herzog Guido Baldo und die Herzogin hießen Lucrezia willkommen. Die Begegnung mit diesem hochmütigen Paar hatte sie ein wenig gescheut, aber sie wusste es nicht nur durch ihre unvergleichliche Anmut für sich zu gewinnen, sondern auch aus politischen Gründen kamen jene der Lucrezia sehr entgegen, in der Meinung, dass sie durch einen liebevollen Empfang ihren wankenden Thron befestigen können. Die bejahte Herzogin nahm an Lucrezias Seite in der französischen Sänfteplatz, die der Papst Alexander seiner Tochter mit der Absicht geschenkt hatte, dass die Herzogin von Urbino darin an der Seite seiner Tochter mit nach Ferrara reisen solle. Nun ging es nach Pesaro und der Weg war beschwerlich. Am Abend landete der Zug in der Stadt an. Erschöpft waren die Männer sowohl wie die Frauen und Tiere. Wind und Regen hatten ihnen hart zugesetzt. Lucrezia selber war in schwermütigster Stimmung, deren sie nicht Herr werden konnte. Pesaro. Hier hatte sie mit ihrem ersten Gemahl Giovannis Forza das erste ruhige Jahr verlebt. Und nun gehörte dieser Stadt ihrem Bruder Cesare. Er hatte Befehl erteilt, sie feierlich zu empfangen. Hundert Kinder in seinem Wappenfarben weiß und rot geschmückt kamen ihr mit Olivenzweigen in der Hand am Stadttor entgegen und riefen »Duca! Herzogin Lucrezia! Lucrezia!« Mit der Herzogin von Urbino stieg sie von ihrem einstigen Palaste aus. Die nämlichen Edelfrauen von Pesaro, die dereinst ihre Hofdamen gewesen waren, begrüßten sie und freuten sich, sie wiederzusehen, denn alle hatten sie lieb. Und sie warf sich ihnen in die Arme und schluchzte. An jenem Abend und am ganzen folgenden Tage blieb sie unsichtbar in ihrem Zimmer eingeschlossen. Sie gestattete, dass ihre Damen mit den Edeln von Pesaro einen Abendtanz veranstaltet. Sie selber indessen erschien nicht. Abgesehen davon, dass sie durch diese endlose, endlose Reise, diese ewige Gala, dieses unablässige Paradieren völlig erschöpft war, überfiel sie eine unüberwindliche Schwermut. Nachdem man ihr das Haar gewaschen, sie litt an heftigen Kopfschmerzen, wenn sie sich nicht wieder und wieder das schwere Blondhaar lösen und der ganzen umständlichen Behandlung unterziehen ließ, die diese Prozedur erforderte, ruhte sie in ihrem Kissen und starrte vor sich hin. Sie kannte diesen Raum, die Fresken, die Schnitzereien an den Fenstern und die Türen, der Marmorner Kamin, ja sogar die Wandbehänge waren die gleichen. Hier hatte sie mit Giovanni gelebt, hatte ihn lieb gehabt. Sie selber hatte diese ruhig zerstört, weil ihr die Zeit lang wurde und dann hatte Alexander sie gezwungen, plötzlich nach Rom zurückzukehren, während Giovanni vor Neapel kämpfte und sie war ihres Vaters Willen gefolgt. Um ihr eigenen nervösen Unruhe willen hatte sie ihm gern Gehör gegeben und dann war der hässliche Prozess gekommen. Aus dem Tanzsaal drang, während sie beim Schein zweier hoher Wachskerzen in vergoldeten Leuchtern grübelnd saß, der Klang leichter, zierlicher Tanzweisen zu ihr rüber, eine Melodie von Seiteninstrumenten. Sie saß allein in ihrem weißen Nachtgewand, dessen Ärmel mit Goldspitzen umsäumt war und tat ihr einen weit mit Hermelin gefütterten Mantel aus rotem Samt umgeschlagen und sie hielt die kalten weißen Hände der matten Flamme entgegen, die über einen langsam verkohlenden Baumstumpf zünkelte. Ihr langes blondes Haar war gelöst und immer wieder fühlte sie, ob es noch nicht trocken sei. In ihren großen, starren Augen schimmerte das Weiß gleich Perlen und aus der kleinen wie goldenen Pupille blickte jetzt eine süße, flehende Trübsal. Um sie lagerten die Schatten des Raumes und die Schatten ihrer eigenen Melancholie. Auf dem roten Samt und dem blonden Haar lag der matte Schimmer der Kerzen und der Widerschein des Kaminfeuers. Und so saß sie unbeweglich da und hielt die kalten Hände den brennenden Scheiten entgegen und durch die stille Nacht klang die Tanzmusik der Fiedler noch lustiger herüber und ihr war sehr bange und traurig zumute und sie fühlte sich gar sehr verlassen. Sie war nun 20 Jahre alt, war noch ein Kind, ein Kind, das manchmal nicht wusste, wonach es sich sehnte und wen es lieb hatte, Alfonso. Den hatte sie geliebt, ihn nicht geliebt. Ihr neuer Gemahl hieß jetzt gleichfalls Alfonso. Finster, schweigsam, rau. Barsch sollte dieser Äste sein. Sie hatte ihn einmal in Rom gesehen, als er mit einer Gesandtschaft aus Ferrara gekommen war. Viele Jahre war das her. Sie war damals kaum zwölf Jahre alt gewesen und sie erinnerte sich nicht mehr recht daran. Sie hatte seiner nicht geachtet. Niemals war es ihr in den Sinn gekommen, dass dieser junge Prinz von Ferrara dereinst... Wie würde er sie empfangen, die Bastardtochter des Borgia? Wie würden sie alle sie empfangen? Ihr Schwiegervater Ercole, die stolze Schwester, die Markgräfin von Mantua? Würde sie die ebenso für sich gewinnen können, wie sie auch den Kardinal Ippolito und Don Ferrante und Don Sigismondo für sich gewonnen hatte? Oder? Ihr war bange. Ihr war sehr bange. Oft schien es ihr, als sei sie schon alt, weil sie sich an so vieles erinnerte, an zu vieles vielleicht. Und oft schien es ihr wieder, als sei sie noch ein von allen verlassenes Kind. Hier in diesem Gemach schien es ihr, als träume sie, seit sie hierher zurückgekehrt war. Oder als habe sie in früheren Jahren geträumt, geträumt von Giovannis Forz und Alfonso von Aragon. Sie wusste, dass Alfonso ermordet war, dass Giovanni Rache brütend zu Mantua weilte. Würde er kommen, ihre Hochzeit in Ferrara zu stören? Nein, nein. Sie waren mächtig, die Estes. Indessen, diese Heirat war ihnen durch den König von Frankreich und ihren Vater, den Papst, aufgedrängt. Oh, wenn sie sie kühn empfingen, wenn sie ihr einen entlegenen Palast anwiesen, den sie bewohnen sollte, wenn sie sie als eindringlich betrachteten, sie vielleicht geheimlich folterten, in den Kerker warfen. Wer weiß. Doch das würden sie nicht wagen, die Estes. Denn war nicht der Papst ihr Vater? Würde er sie nicht zu schützen wissen? Ach, wenn sie doch alle für sich zu gewinnen vermöchte, jenen stolzen Herzog Erkohle, ihren finsteren Gemahl Alfonso und alle, alle. Sie konnte nicht in Hass und Düster leben. Einer Blume gleich brauchte sie Luft, Licht, Sonnenschein. Ihre Jugend sehnte sich nach Freude, ihr Herz wollte Liebe, ihre Sinne verlangten nach Farben, Musik, Schönheit, Frohsehen und Leidenschaft. Wohl konnte sie sich jetzt einmal in Einsamkeit und Schwermut zurückziehen. Allein, das würde nicht lange wehren. Sie kannte ihren Wankelmut und dann würde sie sich wieder nach dem sehnen, was ihr jetzt lästig schien, nach Prunk, weltlicher Pracht, Tanz und Freude. Und in Rom war ihre Mutter, war Notzer zurückgeblieben und der Kind Rodrigo. Würde sie beide jemals wiedersehen? Und ihren Vater? Lieb hatte sie ihn, und es war ja auch nicht möglich, einen nicht lieb zu haben, der sein Kind so liebte wie er sie. Aber war er nicht Papst, Priester und zugleich ihr Vater? Und Cesare? Ach, im Grunde genommen dessen war sie sich erst jetzt bewusst, war sie froh, aus Rom fort zu sein, fern der Macht jener beiden und ihrer Zärtlichkeit, froh, der Zukunft entgegenzugehen und ihrem neuen Gemahl Ferrara. Wenn nur die Zukunft der Barmen mit ihr hätte, ihr günstig wäre, sie würde ihn schon für sich zu gewinnen wissen. Bezauberte sie nicht einen jeden und sogar ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, wie sollte sie dann nicht umso mehr bezaubern, wenn sie es wünschte und wollte? Eine neue Energie erwachte in ihr. Sie hatte sich aus ihrem Kissen aufgerichtet und sah sich plötzlich selber in Lebensgröße. Hinter ihr war ein großer Spiegel und sie sah sich in ihrem weichen, faltigen, wundervollen Linnen mit der Goldspitze auf den schlanken Armen, sie sah sich in dem Hermelin umsäumten roten Samtmantel und sie sah ihr weißes Antlitz, das so blumenzart war, sah, wie ihr Haar strahlte, gleich dem Innersten einer Blume. Anfangs erschrak sie, dann trat sie näher und dann lächelte sie und flüsterte »Wie schön bin ich! Wie schön!« Und sie seufzte tief auf. In ihrer Seele war jetzt ein leises Bedauern darüber, dass sie nicht dort mit den Herren und Edelfrauen mittanzte. Immerfort hörte sie die Geige. Allein nun war es zu spät. Dann ließ sie, weil die Einsamkeit allzu schwer auf ihr lastete, die silberne Glocke ertönen, um ihre Frauen zu sich zu entbieten und sich zur Ruhe zu begeben. Cesare, der jetzt Herzog von Romagna war, hatte überall Befehl gegeben, dass im Bereich seines ganzen Gebietes die Schlüssel der Städte Lucrezia darzubieten wären. Und Ansprache folgte auf Ansprache, Zeremonie auf Zeremonie. Rimini, Cesena, Forli waren jetzt die Orte, durch die das Brautgeleite zog. Und ihr Einzug war stets eine Parade, eine nie endende Gala vor den Tribünen, die für die Edelfrauen errichtet waren, die ihr ein Willkommen zuwinkten, in des der Obersicht der Stadt Huldigungsgeschenke darbot, die zumeist und vornehmlich in Zuckerwerk und Wachskerzen bestanden. Von Fordi ab umgab ein noch stärkeres Geleit den Brautzug. Tausend Mann fußvoll. 150 Reiter hieß Cesares Stadthalter Don Raminodorko zu dem ohne dies bereits personenreichen Zugstoßen, da er die Räuberbanden des Banditen Giambattista Carraro fürchtete. Lucrezia aber und dem Herzog von Urbino wurde mitgeteilt, dieses Geleite bedeute nur eine Huldigung mehr, die Romagna, der Schwester des Herzogs Cesare, darbrachte. Nun kamen Faenza, Imola, Castel, Bolognese. Bei Bologna kamen alle Bentivoglios, der Schwester Cesares, entgegen. Ginevra Bentivoglio war des Giovannis Forza Tante. Allein mit allergrößter Courtoisie empfing die hochmütige Frau, die zukünftige Erbprinzessin von Ferrara und es gab Bankette und Tanzfeste. So war der 30. Januar herangekommen und es war bestimmt, dass die Braut von Bologna aus ihre Reise den Kanal entlang zu Schiffe fortsetzen solle. Es war eine neblig kalte Nacht und spät traf Lucrezia auf dem Castel Bentivoglio 20 Meilen von Ferrara ein. Auf beiden Ufern des Kanals zog die gewaltig große Reiterschade im Castel entgegen und geleitete so das Fahrzeug, das die Braut trug. Lucrezia stieg aus mit ihr die Herzogin von Urbino und der Schlossvogt begrüßte sie. Als Lucrezia von den Prinzen von Este Abschied nehmen wollte, um sich in ihre Kemenate zurückzuziehen, erblickte sie im Hintergrund des Saales einen großen maskierten Mann mit einem schwarzen Mantel. Die Prinzen antworteten ihr nicht auf ihre erstaunte und ängstliche Frage, verneigten sich nur tief und zogen sich lächelnd zurück. Ihr Herz klopfte vor Angst. Was hatte dies zu bedeuten? Wer war dieser Mann, der sich nun aus dem schwarzen Mantel hüllte, die Maske abnahm? Vergebt mir, sprach er und kniete vor ihr nieder. Vergebt mir, meine Braut und Herzogin. Ich bin unerkannt und ungemeldet aus Ferrara gekommen, um euch Madonna zu sehen und zu grüßen, bevor ich euch an den Toren Ferrara als meine Gemahlin empfangen werde, die ich in das Haus meiner Väter führen soll. Seid ihr Alfonso der ist, der mein Bräutigam, fragte Lucrez überrascht. Ich bin Alfonso, antwortete er, während sie ihm die Hand reichte, um ihm beim Aufstehen behilflich zu sein. Ich bin gekommen, um die, die meine Frau sein wird, kennenzulernen, bevor ich sie zwischen flatternden Bannern und froher Musik willkommen heiße. Inmitten all der meinen, die nun auch die ihren sein werden. Mein Herr Bräutigam, hochgerühmter Herzog, sprach Lucrez ja bewegt, es war ein sehr freundlicher Gedanke eurer Hoheit, mir in dieses Kastell entgegen zu kommen. Ich empfinde es als ein großes Glück, euch hier zu sehen und zu begrüßen, bevor ich meine Hand inmitten aller Feierlichkeiten und alles Hochzeitsgepränges in die Eure lege. Ihr also seid Alfonso? Ich bin Alfonso, antwortete er ruhig. Er war groß, dunkel und sah ein wenig barsch und streng aus. Seine etwas stechenden Augen waren von schweren Lidern beschattet. Sein schwarzes Haar war kurz gehalten, sein kurzer schwarzer Bart nach der üblichen spanischen Mode geschnitten. Gebräunt sah er aus und sehr männlich. In seiner höfischen Art lag ein wenig Steifheit, wie bei einem Kriegsmann, dem es schwerfällt, sich liebenswürdig zu zeigen. Dennoch lächelte er, als er wiederholte, ich bin Alfonso, eurer Bräutigam. Sie gedachte ihres ersten Alfonso. Diesen Äste würde sie nimmermehr so lieben, wie sie den anderen Alfonso geliebt hatte, gleich einer Blume, gleich einer Flamme. Dennoch gab es ihrem geängstigten Herzen endlich etwas wie Ruhe, als sie ihm nun in die strengen Augen schaute. Ihr war nicht mehr bange und bezaubernd sprach sie mit jener Stimme, deren Klang allein schon verführte, »Entsinnt ihr euch, mein Bräutigam, dass wir beide uns schon einmal gesehen haben, vor vielen Jahren?« »Ja«, antwortete er ruhig, im Vatikan. »Ich kam als Abgesandter meines Vaters. Seine Heiligkeit empfing mich mit hohen Ehren. Ihr, Madonna, waret ein bildschönes Kind, blond wie ein Engel und mit ganz großen Augen von wundersam schöner Farbe. Man hat zwar allzeit gesagt, dass meine Augen seltsam schön wären, allein ihr werdet jenes junge Ding von der einst nicht wiedererkennen in der Frau, die nun die eure sein soll. Ich erkenne es, sagte er. Und scherzend fuhr er fort, »Ihr also seid Madonna Lucrezia die Borgia, meine Braut?« »Ich bin Lucrezia«, antwortete sie mit sanfter Stimme. Sie schauten einander lächelnd an. Er fand sie wundervoll, reizend bezaubern. Sie besah seine Anmut und ein liebenswertes Wesen, das ganz eigen war und eine seltsam, natürliche, wie angeborene Vornehmheit hatte diese Bastardtochter der Borgia. Herzogin und geliebte Braut sprach ihr, »Ich bin von Herzen glücklich, euch gesehen zu haben und euch nun die Hand zu küssen und zu euch sprechen zu dürfen.« »Auf baldiges Wiedersehen«, fuhr Ferrara's Toren. »Dieser Augenblick darf nicht länger wehren, wir sind Sklaven der höfischen Sitte. Was ich tat, darf man nicht einmal ahnen. Nur meine Brüder und Vättern wissen darum und erwarten mich draußen. Mein Ross steht noch gesattelt, zugleich reite ich zurück. Lebet wohl und auf Wiedersehen.« Noch einmal küsste er ihr ritterlich die Hand und verneigte sich. »Lebet wohl« und »Auf Wiedersehen«, antwortete sie bewegt. »Auf baldiges Wiedersehen, Alfonso.« »Auf baldiges Wiedersehen, Lucrezia.« »Auf Wiedersehen«, wiederholte sie, »und nehmt meinen innigen Dank dafür, dass ihr gekommen seid.« Sie streckte ihm beide Hände entgegen, er küßte sie beide, neigte sich und ging. Sie atmete tief auf. Eine große, große Erleichterung war über sie gekommen. Mir war, als könne sie nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder frei atmen. Um die zweite Stunde des 2. Februar donnerten über Ferrara die Salutschüsse zu Ehren der Ankunft der Braut. Es war ein sonnengoldener, klarer, kalter Tag und Tausende drängten sich am Wege entlang. In der vergangenen Nacht hatte die Braut in einem außerhalb gelegenen Palast bei Alberto Deste dem Bastardbruder Herzog Erkohles geweilt. Und jetzt ritt das Brautgeleite über die Po-Brücke in die Stadt hinein. 75 Bogenschützen zu Pferde in den Farben der Deste. Rot und Weiß ritten voran. Dann folgten 80 Trompeter und ebenso viele Pfeifer. Der ganze Adel von Ferrara kam zu Pferde hinter drein. Das Gefolge der Isabella von Mantua, der Schwester des Beutigams und das der Herzogin von Urbino. Beide Fürstinnen weilten bereits im Schlosse, um dort die Braut willkommen zu heißen. An der Seite seines Schwagers, Annibale Bentivoglio, zog nun der Bräutigam her. Don Alfonso, umgeben von acht Edelknaben, der dunkle, ernst und streng dreinschauende Prinz, trug ein Wams aus Scharlach-Rotem und Schwarzen Samt. Sein schwarzes Ross war mit Scharlach-Farbener Schabracke bedeckt. Unmittelbar hinter ihm kam Lucretias Gefolge. Pagen, spanische Höflinge, fünf Bischöfe, Gesandte und Prinzen, die sie von Rom begleitet hatten, sechs Trommelschläger, zahlreiche Narren, dann Edelleute und Hofdamen, alle zierlich und gewandt zu Pferde und endlich sie selber. Alle Blicke zog sie auf sich, wie sie unter einem Baldachin aus Purpur dahergeritten kam, dem die Doktoren von Ferrara und die Meister der Kollegin der Rechtsgelehrsamkeit, der Arzneikunde und der Mathematik trug. Ihr schneeweißer Zelter war mit purpurnischer Bracke bedeckt, die über den Flanken geschlitzt war. Stallmeister führten ihn. Sie selbst trug eine breitärmlige Camorra aus schwarzem Samt, die mit goldenem Tuche breit umsäumt war, über einer langärmligen mit Hermelin verzierten Spernia aus Goldbukat. Ihr langes, blondes Märchenar hing lose über die Camorra wie ein zweiter Mantel und über dem Scheitel trug sie ein langes, zu beiden Seiten herabhängendes Netz, eine Lenzer aus Diamanten, Rubinensmaragden, die wie Schleier aus Edelsteinen ihr liebliches Antlitz umram. Diese Juwelen, die ihr von ihrem Schwiegervater dargeboten worden waren, blieben das Eigentum der Äste ebenso wie die riesengroßen Rubinen und Perlen, die sich auf ihrer Brust reiten und die einst die verstorbene Herzogin getragen hatte. Vierzehn Galerwagen folgten. Darin saßen die Ehrendamen der Lucrezia. Die mit Samt bedeckten Kissen und Truhen der Braut wurden von einem Schwarm von Dienern und Hellebadieren nachgetragen. Die Kanonen donnerten ihr zu Ehren. Plötzlich unter dem Turm von Castel Debaldo scheute Lucrezia Zelt vor den Salutschüssen und bäumte sich. Vergeblich versuchte sie sich im Sattel zu halten. Sie glitt hinab und verstrickte sich in den weiten Falten ihrer Mantelschleppe. Bevor sie sich noch dessen bewusst war, dass sie in die Arme ihrer Stallknechte geglitten, sah sie, als sie die Augen aufschlug ihrem Bräutigam Don Alfonso, der vor ihr stand. Lächelnd flüsterte sie, es ist nichts. Er wollte sie ein anderes Pferd besteigen lassen, sie aber sagte, nein, nein, ich fürchte mich nicht. Und zum zweiten Male bestieg sie ihren schneeweißen Zelt ab. Laut jubelte man ihr zu. Und sie lächelte. Auf dem Platz vor dem Schloss schmetterten ihr jetzt alle Trompeten, jubelten ihr alle Pfeifen ein Willkommen entgegen. Von Neuem bäumte sich ihr Ross, sie aber blieb im Sattel, indes die bemerkt hatte, wenn sie bei feierlichem Anlass sich zeigte und die Menge grüßte. Dass alle lächelten, als seien sie bezaubert. Alle blickten sie an und lächelten. Von den Tribünen aus den Fenstern des Schlosses winkten alle ihr zu und lächelten. Unzählige Gefangene, die in diesem Augenblick aus ihren Kerkern befreit waren, strömten ihr entgegen, jubelten Dank, Dank und lächelten. Und Lucrezia war sich dessen bewusst, dass sie alle lächelten, weil sie so reizvoll und anmutig war. Schon die liebliche Anmut ihrer Schönheit gewann ihr aller Herzen. Alfonso stand jetzt vor ihr, um ihr aus dem Sattel zu helfen und er sprach Lucrezia auf dem mittleren Balkon des Schlosses steht meine Schwester Isabella. Bevor sie abstieg, wendete Lucrezia den Blick neugierig nach der Richtung, die Alfonso wies und sie sah die Markgräfin von Mantua, die stolze Isabella Gonzaga, Alfonso's Schwester und sie sah, dass Isabella lächelte und ihr mit ihrem spitzen Tüchlein winkte. Da winkte auch Lucrezia mit dem ihren und durch beider Blick und Lächeln spann sich in diesem Augenblick der allererste Faden der Freundschaft zwischen diesen beiden Frauen. Lucrezia glitt von ihrem Zelter herab und neigte sich tief vor ihrem Schwiegervater dem Herzog Erkohle und der Kreis führte sie an seiner Hand in das Schloss hinein. Während die Schüsse donnerten, die Rosse sich bäumten, die Banner flatterten und das Volk jubelnd ausrief Doka, Doka und die befreiten Gefangenen um sie her auf die Knie Edlen und Damen und Knappen durch die jetzt von strahlenden Lichtern hell erleuchtete weite Öffnung der großen Palastpforte zug.